Das Apple-Jahr neigt sich dem Ende zu und Apple hat ja nochmal einen Höhepunkt gesetzt mit einer großen Ankündigungswoche mit neuen Macs. Ja, drei große Neuerscheinungen gab es und jetzt so langsam nähern sie sich ja auch dem Handel und es gibt erste Testergebnisse. Wir wollen darüber sprechen, was hat sich insgesamt getan bei den Macs, wie sind die konkret jetzt vorgestellten neuen Macs zu beurteilen und aber auch ein kleiner Blick in die Glaskugel, wie könnte es danach weitergehen. All dies und mehr jetzt im Mac & I Podcast. Ja und damit herzlich willkommen und um gleich mal ein abgedroschenes Wortspiel zu bemühen, da gibt es ja wahrscheinlich nichts zu meckern, oder Leo? Hallo Malte, zu meckern gibt es eigentlich immer was, glaube ich. Ich habe gerade noch über diese Glaskugel nachgedacht. Es ist ja immer schön, in diese Glaskugel zu schauen, aber in meinem Kopf war mir noch nicht so ganz klar, ob die wie so ein Siri-Ball irgendwie sich bewegt. Die neue Siri ist ja jetzt gar keine Glaskugel mehr und da müssen wir in irgendwas anderes reinschauen. Aber in irgendeine Art von Zukunftsvariante der Macs werden wir natürlich auch noch am Ende der Sendung schauen. Ja, also ich hoffe nicht, dass Siri unsere Glaskugel ist, zumindest nicht vor dem nächsten Jahr, dann soll sie ja deutlich besser werden. Aber im Moment würde wahrscheinlich dann kommen, ich finde dazu nichts. Soll ich ein Internet dazu hinterher suchen? Lassen wir besser. Ja, die große Ankündigungswoche, sie liegt hinter uns und vor uns liegt jetzt die Veröffentlichung dieser Macs. Wir sprechen auch in dieser Folge darüber, Mac and I hat ja erste Tests vornehmen können, was denn dabei rausgekommen ist. Aber lass uns erst mal so im Allgemeinen darüber sprechen, so auf so einer Meta-Ebene kann man sagen, diese neuen Macs. Was ist dir so besonders aufgefallen? Was sind so Punkte, die da durch den Kopf gehen jetzt angesichts dieser Neuvorstellungen? Wir sind ja jetzt, es hat ja erstaunlich lang eigentlich gedauert, aber wir sind jetzt so, zumindest wenn man mal den Mac Pro ganz kurz links außen liegen lässt, sind wir ja jetzt am Punkt angekommen, dass alle Macs praktisch diesen Umstieg von Intel auf Apples eigene M-Chips auch designmäßig vollzogen haben. Also jetzt mit dem Mac Mini, der war ja der letzte Kandidat, der noch in so einer Urgestalt seit 2010 oder 2012 oder wann auch immer diese letzte Designänderung gewesen ist, als sie halt das Laufwerk rausgeworfen haben und größenmäßig hat er sich da glaube ich auch, aber irgendwann hat er sich auch nochmal, der war ja immer einst viel größer als da noch ein Power-PC-Prozessor. Wir sprechen jetzt über sehr alte Zeiten, ich meine, den gibt es ja seit 20 Jahren oder so, der gab es ja 2004, 2005 kam der Mac Mini glaube ich und das ist natürlich schon ewig her. Aber der war sozusagen überfällig natürlich und da wurde ja auch schon viel gescherzt, seit er diesen M-Chip drin hat, dass in diesem Gehäuse war eigentlich nichts mehr drin. Also da war eine ganz kleine Hauptplatine drin und dann war noch irgendwo ein Lüfter, den man nie gehört hat und das war es dann eigentlich. Und deshalb ist es natürlich schön, dass sie den jetzt angegangen sind und wir sehen ja auch, das ist ja auch natürlich, da kommen wir wieder zur Glaskugel, aber wir sehen ja jetzt wahrscheinlich die erste Mac-Generation, wo tatsächlich oder vielleicht oder wahrscheinlich mal wirklich alle Geräte halt einen M4 früher oder später einsetzen werden. Also jetzt haben wir schon einen Großteil der Produktpalette abgedeckt und dann folgen halt im nächsten Jahr wahrscheinlich der Rest. Und das hatten wir ja so auch noch nicht in dem Zeitalter der M-Chips, dass halt alle wirklich auf einer Generation waren. Also das ist zumindest auch interessant, dass das so lang, also man hatte ja immer das Gefühl, als der M1 kam und dann der M2 kam, dass man so ein bisschen in den Griff bekommt, wie funktioniert Apples Chip-Zyklus, wann werden Macs aktualisiert und wer bekommt dann irgendwie den Chip. Aber es ging ja doch irgendwie ein bisschen kreuz und quer, ja. Der iMac hat mal irgendwas ausgelassen, der hat keinen M2 bekommen, der Mac Mini hat keinen M3 bekommen und so sind irgendwie immer so kleine Unterschiede gewesen in diesem Produktzyklus. Und jetzt sind wir so an so einem Punkt, wo so langsam vielleicht mal zumindest für eine Generation so eine Ruhe einkehrt. Ich würde vor allem dieses vielleicht da dran setzen, denn wir sind ja noch, sage ich mal, noch zu kleinteilig in diesen Zyklen, um jetzt wirklich zu sagen, dass wir eine permanente Verstetigung haben. Aber in der Grundsache gebe ich dir recht. Also wir haben ja, wir kommen ja aus ganz wilden Zeiten, wo diese Intel Macs ja dann scheinbar willkürlich dann auf uns die niederrechneten, wenn halt bei Intel mal was fertig war und Apple dann weiterentwickeln konnte damit. Dann kam mal so ein neues, kam so ein Upgrade der Prozessoren heraus oder der Macs. Und es war ja eigentlich im Vergleich zum iPhone überhaupt gar kein System erkennbar. Und jetzt haben wir ja doch einerseits seit dem Apple Silicon eine gewisse Verstetigung. Aber auch da war es ja immer noch so ein bisschen chaotisch. Der Basischip, den gab es separat zu den Pro-Chips und auch die Geräte waren jetzt nicht so wirklich vor einem festen Zyklus folgend. Und jetzt letztes Jahr mit dem Herbst-Event Scary Fast hat Apple ja so einen Punkt gesetzt, dass sie nicht nur auf drei Nanometer gegangen sind, sondern ja einfach jetzt auch mal gesagt haben, wir machen jetzt ein jährliches, ein möglicherweise jährliches Event, wo wir die ganze Chip-Palette, also mal mit Ausnahme des Ultra, jetzt raushauen. Und darauf basierend geben wir schon eine Reihe von Macs jetzt raus. Weitere wie das MacBook Air folgen dann halt später. Daran hat man jetzt ja auch festgehalten oder ein Mac Studio fehlt ja ebenso noch. Aber ich finde, das Ganze ist jetzt für die Konsumenten und auch für die Business-Käufer viel planbarer geworden. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, ob Apple das nicht generell für erstrebenswert hält, weil jetzt ja zum Beispiel auch Budgetplanung gemacht werden. Das ist ja ein ziemlich guter Zeitpunkt, jetzt auch mit Blick auf das wichtige Business-Segment zu sagen, schaut her, hier ist die neue Generation. Und selbst wenn es noch nicht den passenden Mac dazu gibt, so weiß man zumindest, es ist jetzt ein M4 Maxx da und kann in etwa schon mal ein paar tausend Euro einplanen dann im Budget, wenn man denn da zum Beispiel ein Upgrade dann vorhat im nächsten Jahr. Ja, ein bisschen mehr Planbarkeit wird sich ja dem einen oder anderen gerade im Unternehmenskontext entgegenkommen und natürlich auch dem Endkunden. Also ich glaube, ich meine, viele entwickeln natürlich im Laufe der Zeit so eine Gespür, wann neue Macs kommen. Bei manchen Sachen ist es ja auch, was jetzt die MacBook Pros angeht, war es ja relativ regelmäßig, aber natürlich auch mit kleinen Huppeln zwischendrin, dass mal eine Generation dann nicht im Herbst kam, sondern irgendwie dann im Januar danach oder so, da hatten wir ja eine ganz komische Verschiebung und dann kam die nächste Generation aber wieder im Herbst hinterher. Da waren natürlich auch die Käufer mitunter unglücklich, die halt praktisch sich vor neun Monaten halt ein neues Gerät gekauft haben und dann gab es schon die nächste Generation. Das sind natürlich auch so Sachen, ja, das ist immer so ein bisschen durchmischt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, nimmt man das dann, glaube ich, zur Kenntnis. Und Apple steht, glaube ich, jetzt auch vor einem sehr interessanten Problem, dass diese Macs insgesamt sehr gut sind und das eben schon seit dem M1. Aber dass selbst der M1 vor allem gerade in seiner Pro Max Variante so gut immer noch ist, ist, dass die Motivation jetzt zum Upgrade sicher auch bei vielen, die sich halt zum Beispiel MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max betreiben, relativ überschaubar sein dürfte. Also ich meine, mich lachen diese M4 Max jetzt auch alle an, aber ich weiß auch, ich brauche davon halt absolut keinen. Ja, in der Tat, ja, ist in der Tat ein großes Thema. Und man sieht ja jetzt auch, dass Apple selbst es jetzt so unter den Fingern juckt, ja schon den ein oder anderen Silicon-Käufer der ersten Generation jetzt zu überzeugen, dass es doch mal Zeit wird. Also sie haben ja letztes Jahr die Kommunikation noch wirklich sehr stark auf die Intel-Mac-Besitzer eben abgehoben. Die sind nach wie vor auch im Fokus. Da sagen sie natürlich, ja, es wäre jetzt schon mal sinnvoll, dass ihr euch das anguckt. Aber diesmal haben wir ja in diesem Diagramm ohne Zahlen und ohne Skalen ja doch sehr stark eben auch die M1-Generation dann gesehen, dass die da herangezogen wurde. Und gleichwohl ist es aber extrem schwierig. In ganz vielen Anwendungsfällen kann man den Leuten ja gar nicht wirklich dazu raten, jetzt nur des Prozessors wegen zu upgraden. Weil wenn jemand da nur Textverarbeitung mitmacht und im Internet surft, also wo ist da jetzt, sag ich mal, rein auf die Prozessor-Power jetzt bezogen, der zugewinn? Da muss man schon an sehr speziellen Szenarien denken. Ja, und selbst das, was früher als Profi-Anwendungen durchging, also aufwendigere Bildbearbeitung, Videoschnitt, selbst das sind ja inzwischen Anwendungsfälle, die irgendwie einfach der M-Prozessor so mit abfrühstückt. Also auch mit einem M1 Pro und, ich meine, der Basis M1, ich habe hier jetzt auch noch ein Mac Mini mit M1 und 8 GB Arbeitsspeicher. Und da merkst du natürlich, diese Kiste, die stößt an einem gewissen Punkt, stößt sie an ihre Grenzen. Auf der willst du sicher keine wilden 3D-Projekte umsetzen oder auch Videoschnitt kannst du bis zu einem gewissen Punkt machen. Aber da muss man natürlich dann irgendwann auch Geduld mitbringen. Und da ist natürlich klar, wenn man das als Beruf für seinen beruflichen Nutzen einsetzt, dann wird es sich irgendwann sowieso natürlich lohnen, da schon mal deutlich weiterzugehen. Aber auch der Mac Mini ist halt interessant, weil der kam ja dann eben auch mit dem Pro-Chip, mit dem M2 Pro-Chip vor zwei Jahren wahrscheinlich. Und der ist ja dann plötzlich auch auf so einem Leistungsniveau gewesen, dass man sagt, okay, mit dem kannst du jetzt auch, bist du auch erst mal für ein paar Jahre einfach bestens ausgerüstet. Außer wir gehen jetzt wieder in super spezialisierte Bereiche rein. Aber alles, was so den Normaleinsatzzweck, und da decke ich halt Foto- und Videobearbeitung einfach mal komplett mit ab, das erfüllt dieses Gerät eigentlich bereits. Und der M4 macht das jetzt, der M4 Mac Mini wird das definitiv schneller machen. Aber ist das dann so relevant, ob du dann beim Exportieren halt irgendwie noch mal zehn Sekunden weniger wartest oder nicht? Also das da ist, glaube ich, die Unterschiede sind sehr gering. Und auf der anderen Seite merkt man ja schon, das ist ja ganz lustig inzwischen, dass Leute sich so ein bisschen gähnend zurücklehnen und sagen, ach, vom M3 zum M4, das waren irgendwie nur 20 Prozent Geschehen. Und eigentlich ist das extrem viel. Was für ein dekadentes Zeitalter, oder? Also das geht mal eigentlich seit Anbeginn dieser Silicon-Ära so, dass wir so verwöhnt sind, mittlerweile von zweistelligem Prozent zu wechseln, dass wir sie tatsächlich nicht mehr als relevant erachten. Also mit wir meine ich jetzt so dieses kollektive Gefühl halt, was dann immer als Feedback dann auf solche Produktverstellungen folgt. Aber ich gebe dir recht. Und man sieht ja eben auch, dass das Apple jetzt begonnen hat, sagen wir mal, Felder sich aufzubauen, die dann doch überzeugen sollen und können. Also jetzt mit Blick auf den M1 und M2 ist es ja seit dem M3 diese Spezialisierung auf Grafik, auf AAA-Games, wo sie halt sagen, okay, wir haben jetzt dieses Hardware-Raytracing, das gab es vorher nicht. Generell, die Grafik ist rassisch besser geworden. Jetzt brauchen wir nur noch die Spieletitel. Das ist dann das kleine Problem. Also Apple muss jetzt eigentlich in der nächsten Phase nicht nur sehen, dass sie bei der Hardware am Ball bleiben, sondern eigentlich auch, dass sie die Software schaffen und die Anwendungsfälle konstruieren, dass die Leute tatsächlich nach mehr lächzen. Und das ist dann im Bereich der Grafik. Es ist natürlich vor allem Spiele als populäre Nutzung. Aber es ist zum anderen, und wir sehen ja hier vielleicht auch die Vorbauten dafür im Bereich künstliche Intelligenz. Also wir belächeln ja momentan noch das, was die Apple-Intelligence jetzt darstellt, dass man da im Image-Playground irgendwie so Spaßbilder machen kann, Genmojis und so. Aber wenn ich wiederum sehe, dass Apple die Speicherbandbreite bei der neuen M4-Generation massiv ausbaut, wenn ich generell so ein bisschen auf die Specs gucke, fällt mir schon auf, also die schaffen zumindest massig Potenzial für KI-Anwendungen in der Zukunft. Und wir wissen ja von Apple, dass sie ja gerne auch Jahre vorher schon Hardware-Voraussetzungen schaffen. Ich sage nur Apple Pay und NFC-Chip-Unterstützung, um dann da irgendwie dann später darauf aufzusetzen und zu sagen, das ist nicht nur im aktuellen Modell möglich, das geht sogar dann ein, zwei Jahre zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in Cupertino auch ein Vorbau in Richtung Zukunft ist. Das hat ja auch zu der sehr späten, aber trotzdem glorreichen Änderung geführt, dass wir tatsächlich an dem Punkt angekommen sind. Man mag es kaum glauben, dass alle Macs in der Basisversion jetzt zumindest mal 16 GB Arbeitsweicher mitbringen. Und dieses wirklich unsägliche 8 GB Zeitalter, in dem alle, also jedes Basismodell praktisch, halt gerade so mit diesen wirklich kargen 8 GB ausgestattet gewesen ist, dass das einfach jetzt zu den Akten gelegt werden kann. Und das muss man ja sagen. Also ich meine, das haben wir irgendwie auch Apple Intelligence zu verdanken, weil man das Gefühl hatte, sonst wäre dieser Schritt komischerweise nicht passiert, was relativ absurd ist, weil der ist halt längst überfällig gewesen. Aber ich will mich da gar nicht beschweren. Ich bin sehr froh, dass das passiert ist. Und das war ja ganz interessant, dass sie einfach nebenbei, das nicht nur bei den M4 Macs halt eingeführt haben, sozusagen als Neuerung, sondern auch gleich noch die alten, sogar das M2 MacBook Air und natürlich das M3 MacBook Air, die ja jetzt noch unverändert im Handel und von Apple unverändert angeboten werden, die auch mit auf diese 16 GB hochgezogen haben. Ich würde es nicht als eine Preissenkung bezeichnen, weil dann Leute gesagt haben, ah ja, du hast ja vorher. Aber es stimmt natürlich irgendwo auch, weil du hast halt tatsächlich zwei Tage vorher, hast du dir halt dasselbe Gerät mit 16 GB konfiguriert, bestellt und hast halt 230 Euro mehr bezahlt. Wenn wir jetzt einfach von Apple-Preisen mal ausgehen, im Handel ist natürlich alles immer ein bisschen anders. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Also es ist immerhin sind wir hier an diesem Punkt angelangt. Wobei ich gerne da noch Perspektive hinzufügen würde. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, sehr erfreulich, dass Apple diesen Schritt jetzt gemacht hat. Und es war wirklich in der Zeit. Also es ist ein wenig so wie diese Basis-Speicherausstattung, die sie auch lange Zeit unangetastet gelassen haben. Gleichwohl, ich erinnere daran, als das Apple-Silicon-Zeitalter begann, haben wir ja auch ja schon über 8 GB gelacht. Und wir waren aber doch eher kollektiv überrascht, was sich mit 8 GB mit Blick auf den Apple-Silicon anstellen lässt, was im Intel-Zeitalter undenkbar wenig gewesen wäre. Das Gerät wäre gar nicht betriebsfähig gewesen. Und hier hatten wir Unified Memory, also sowohl für Grafik als auch für die CPU. Und diese Geräte liefen super. Und also so gesehen, dieses Maß, und ich glaube, Apple war da am Anfang halt auch sehr stolz drauf, dass sie unglaublich gut mit diesem Speicher wirtschaften konnten. Viel besser, als das die x86-Plattform je beherrscht hat. Und haben vielleicht dann im Sinne von Traditionspflege und weil es ihre Einkaufskosten wahrscheinlich auch niedrig gehalten hat, dann lange an dieser niedrigen Speicherausstattung dann festgehalten haben. So richtig böse getroffen hat es ja jetzt eigentlich nur die iPhone-Nutzer. Wo wäre die Trennlinie zum Intelligent-Zeitalter ja jetzt sehr haarscharf an den aktuellen Modellen. Also die 15er-Pro-Geräte haben es gerade noch reingeschafft. Ansonsten Basismodell geht es erst beim 16 los. Beim Apple-Silicon glücklicherweise ist es ja bis an den ersten M1 zurück, dass man da auch trotz dieser 8 GB dann mitspielen darf in der ganzen Liga. Aber das nur so als Perspektive. Aber in der Sache, ja, es ist eigentlich ein Witz gewesen, dass Apple das nicht schon früher eben für sich entdeckt hat, dass man eben auch den Speicher dann besser bestückt. Ja, ich meine, da sehen wir auch, du hast das ja vorhin schon angesprochen, Apples Ambitionen, da wahrscheinlich natürlich eben auch KI-Modelle und immer größere KI-Modelle halt lokal auf die Geräte zu bringen. Und dann brauchst du da natürlich auch den Puffer. Also ich bin jetzt schon gespannt. Im Moment habe ich das Gefühl, man merkt es noch nicht so richtig mit diesen ersten Elementen von Apple Intelligence. Aber wenn wir halt ins nächste Jahr schon denken und halt darüber hinaus, bin ich sehr gespannt, wie zum Beispiel diese künftigen KI-Funktionen halt auf Macs mit dem alten 8 GB Basis Speicher halt laufen. Auf dem Mac ist es ja immer noch ein bisschen komplizierter mit dem Speicher als auf dem iPhone und auf dem iPad. Da hast du natürlich jetzt auch diese Limitierung. Bei den iPads sind sie ja über diese 8 GB auch nicht rausgegangen, außer du kaufst das sehr, sehr teure, Riesenspeicher, also mit Riesenspeicherplatz versehene iPad Pro. Und das heißt, dort werden die Geräte, die zwar Apple Intelligence jetzt unterstützen, aber trotzdem halt auf dieser 8 GB halt auf dem Limit bleiben. Da wird man dann sehen, wie sich das auswirkt. Also da kann es halt sein, dass sehr aggressiv das Betriebssystem im Hintergrund halt einfach deine anderen Apps aus dem Speicher rauswirft, sodass wenn du halt wieder zurückwechselst, merkst, ups, ja, okay, das muss halt die App jetzt wieder in Anführungszeichen frisch starten. Und das wird sich am Mac natürlich alles ein bisschen anders gestalten. Aber ja, werden wir sehen, wo da die Reise hingeht. Trotz allem darf man, glaube ich, froh sein, dass wir diese 16 GB diesen Punkt jetzt erreicht haben, dass die 16 GB einfach drin sind und man sich da keine Gedanken mehr drüber machen muss. Und es ist ja nun mal auch so, dass dieses Basismodell, das ist einfach super wichtig, weil diese Basiskonfiguration, das sind ja die Kisten, die landen halt auch überall im Handel. Die landen beim Mediamarkt. Die landen da, wo halt Leute normalerweise so hingehen, wenn sie irgendwie einen Computer kaufen. Und auch im Online-Handel natürlich sind das die Haupt. Natürlich findest du da auch diese besser ausgerüsteten Geräte. Aber es ist halt, die Basiskonfiguration ist halt immer der große Reizpunkt. Und sie ist natürlich auch von Preis-Leistung eigentlich das attraktivste Gerät, weil woran sich nichts geändert hat, ist, dass in dem Moment, in dem du mehr Speicher, sei es Arbeitsspeicher oder Speicherplatz für die SSD auf der SSD möchtest, sobald du da zu Upgrades greifst, musst du halt massiv tief in die Tasche greifen. Und es ist diesmal, also es ist nicht wirklich noch absurder geworden, aber es ist genauso absurd, wie es vorher war. Und es gibt noch manche Konfigurationen, wo jetzt halt du von 16 erstmal auf 24 gehst. Also du kannst noch nicht mal verdoppeln auf 32, sondern du gehst irgendwie auf 24. Und bei manchen musst du von 16 auf 64 springen und dann kostet es irgendwie sehr viel Geld. Und andere Leute haben schon den alten Witz, wenn du irgendwie die größeren Mac Minis, wenn du die upgradest immer weiter, dann zahlst du so viel für das Upgrade, dass du dir eigentlich noch einen zweiten Basis-Mac Mini dazukaufen könntest. Also die Upgrade-Preise sind praktisch teurer, als einfach noch einen Mac Mini zu kaufen. Da merkt man, dass das irgendwie alles so ein bisschen aus dem Lot geraten ist. Ja, und zugleich mindert es ja auch eben die Bereitschaft der Käufer, dann eben auch relativ schnell sich wieder einen neuen Mac zu kaufen. Weil wer jetzt nicht gerade den Mac von der Stange kauft, jetzt im Elektronikmarkt, der eben zu diesen viel zitierten Up-Preisen dann verfügbar ist, der macht ja, der tätigt ja auch ein Invest, dass man ja eben wirklich dann auch alleine monetär sagt, dieser Mac muss jetzt irgendwie auch mal fünf Jahre so bleiben. Und dann juckt einem zwar möglicherweise bei manchem Feature, was vorgestellt wird, das auch haben zu wollen, aber dann guckt man eben aufs Bankkonto und stellt fest, ja, das kommt dann in zwei, drei Jahren für mich mal in Frage. Also ich gebe dir recht, diese Frage, ob das denn alles so teuer sein muss, nach oben hin. Ich finde, die Abreise sind zeitgemäß, wenn man auch die betrachtet ein Stück weit jetzt im Kontext des Wettbewerbs, aber die Upgrades und auch teilweise diese Upselling-Strategien, die wir da ja eben auch sehen, dass ein Pro-Prozessor, ein M4 Pro-Prozessor, beim MacBook Pro eben nur bis 48 GB RAM geht im Upgrade, aber beim Mac Mini geht er bis 64. Also es scheint, es ist ja kein technisches Hindernis zu geben, dass er dann entsprechend ausgebaut wird. Ja, das sind einige komische Konstellationen, je nachdem, welchen Chip man sich dann mit was zusammenbaut und da bist du dann entsprechend eingegrenzt von den Optionen oder auch diese, da kommen wir auch gleich noch zu, diese Nanotextur, also ein matteres Display bekommst du auch meistens nur, wenn du schon ein bisschen höhere Chip-Konfiguration wählst, zum Beispiel beim iMac. Also in diesem Ultra-Basis-Modell gibt es halt diese Optionen dann mitunter auch gar nicht und da bewegt man sich eben dann auch schnell in sehr hohe Preisregionen und ich bin eigentlich jemand, der sehr stark verfechtet, weil Apples Speicher und überhaupt Upgrade-Preise so immens sind, eigentlich wirklich immer die Basiskonfiguration zu nehmen. Also das ist halt, auf der anderen Seite hast du halt das Problem, dass du, je nachdem, was du genau natürlich damit machst, und ich meine jetzt nicht wirklich den Profi-Einsatz, sondern auch den normalen Nutzer, dass du halt wirklich einen Vorteil hast, wenn du halt vielleicht doch auch eine SSD-Stufe höher wählst oder halt statt der 256 GB dann doch 512 nimmst, zumal die tendenziell auch schneller sind. Wir haben jetzt noch keine Werte von den ganz neuen Modellreihen, aber das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass Apple auch bei dem Basis-Flash-Speicherplatz, also bei der Basis-SSD, ja auch geschwindigkeitsmäßig so ein bisschen die Grenze nach unten eher ausgelotet hat, anstatt die Grenze nach oben auszuloten. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Also das sind so Probleme, die löst du halt damit, indem du Geld drauf wirfst, aber es ist bei den Preisen halt, sollte man sich halt dann doch dreimal überlegen, ob sich das irgendwie lohnt und rechnet. Ja, ich habe immer den Eindruck, dass Apple auch mit dieser Upgrade-Strategie ein wenig vorbauen will, dass es so einen Werteverfall bei den Marktpreisen gibt. Der Handel ist ja immer sehr geneigt, dann Nachlässe zu gewähren und den Preis auch ein bisschen zu drücken. Und das aber höherwertige, also besser ausgebaute Macs, die laufen halt dann über die Build-to-Order-Schiene maßgeblich. Und dann hat Apple die Preise selbst im Griff und baut auch ein wenig vor, dass dann eben dieser Werteverfall dann so hoch ist. Das freut dann manchmal, wenn man ein Mac relativ früh wieder abstößt und dann noch einen relativ guten Preis erzielt am Markt, also die ja dann recht wertbeständig sind. Aber ja, ist dann halt für die Käufer, die so ein bisschen darauf setzen, dass der Wettbewerb und der Markt es dann richtet, wie bei anderen Herstellern, wo man in kürzester Zeit dann eben auch 25 Prozent sparen kann, wenn man mal ein bisschen Geduld hat. Das ist halt dann bei den Apple-Geräten halt immer ein bisschen schwierig. Ja, da kann man höchstens Geduld mitbringen oder auch dann sich mitunter ja auch je nach Modell dann die Frage stellen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, wenn man zumindest einen guten Preis findet, halt auch die Vorjahresgeneration zu kaufen. Also halt ein, beim Mac Mini müsste man jetzt natürlich zum M2 zurück, aber beim MacBook Pro gibt es natürlich jetzt immer noch die M3-Generation und mal sehen, wie sich da halt die Preise im Handel bewegen. Das muss man natürlich abwarten. Es ist auch nicht immer von Vorteil, das Vorjahresmodell zu wählen, interessanterweise. Also gerade, weil Apple ja jetzt auch beim Euro-Preis teilweise, also beim iMac zum Beispiel ist der Euro-Einstiegspreis gesunken. Beim MacBook Pro ist der Euro-Einstiegspreis wieder gesunken. Ich glaube, bei beiden um jeweils 100 Euro immerhin. Und also das sind so Währungsanpassungen, die sie jetzt vorgenommen haben. Die Dollarpreise sind, glaube ich, eins zu eins identisch geblieben. Und all diese Sachen haben insgesamt, würde ich sagen, bei der Generation, bei all den drei M4 Macs, die wir jetzt neu gesehen haben, ist das Basismodell insgesamt deutlich attraktiver geworden, weil halt Limitierungen, die bis jetzt immer nur in dem Einstiegsmodell vorhanden waren, die sind jetzt weggefallen. Also die 16 GB Arbeitsspeicher, die haben wir schon. Die sind natürlich ein großes Element gewesen. Und die andere Geschichte war halt, dass du mit dem Basischip, mit dem M1, M2 und M3 in seiner Basisversion, halt immer letztlich nur ein externes Display ansteuern konntest. Und nur oder mit Umwegen dann irgendwie klappt dein MacBook zu und dann kannst du irgendwie zwei ansteuern. Das haben sie ja dann auch per Software-Update irgendwie nachgereicht beim MacBook Pro im letzten Jahr oder dieses Jahr erst. Das ist noch gar nicht lang her. Also das waren ja irgendwie so Umwege. Und jetzt hast du auch beim Basis-M4-Chip diese Option, dass du einfach zwei externe Displays ansteuern kannst, während du zum Beispiel dein MacBook Pro, halt das Basismodell vom MacBook Pro M4, halt immer noch auch mitbenutzt, was, glaube ich, das ist, was man erwarten würde. Und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, das ist gut, dass wir jetzt da angekommen sind, weil das war ja tatsächlich einer der wirklich sehr, sehr wenigen Rückschritte von den Intel Macs auf die M Macs, dass du die Palette der unterstützten Displays eingeschränkt war, zumindest in der Basisversion des Chips. Und hat ein paar Generationen gebraucht, aber ist gut, dass auch das jetzt verschwunden ist. Ja, also mich würde rückblickend mal interessieren, was Apple da bewogen hat, das so zu machen, weil die GPU war ja eigentlich dermaßen leistungsfähig, dass sie das ja mittlerweile längst hätte leisten können. Also es schien ja wirklich so zu sein, dass das irgendwie eine Grenze ist, die man einfach eingezogen hat, um eine Separierbarkeit zu haben, eine Unterscheidbarkeit zwischen den verschiedenen Ausbaustufen. Und ja, ich gebe dir völlig recht, das sorgt auch für Klarheit. Also ich glaube auch, dass manchem Käufer das gar nicht klar war, auch wenn es in den technischen Daten steht, dass es diese Limitierung gibt, weil man es dem Gerät einfach nicht zugetraut hat, dass es nicht in der Lage ist, dann mehr als ein Display daran zu betreiben. Ja, ich glaube, Apple geht da auch manchmal sehr simpel dran und überlegen sich einfach, wahrscheinlich wissen sie auch, wie viel Prozent irgendwie der Käufer von dem Basismodell daran am Schluss zwei Monitore betreibt. Das wird ein relativ kleiner Prozentsatz sein, aber für den Prozentsatz, der das tut, ist das sehr wichtig. Und dann ist es irgendwie komisch, immer die Leute dazu zu pushen, ja, dann kauf dir halt das Pro-Modell, was halt sofort viel teurer ist. Und wenn die einzige Pro-Funktionalität, die du brauchst, darin besteht, zwei Displays anzuschließen, ist das halt sehr frustrierend, weil den Rest der ganzen Leistung vielleicht unter Umständen gar nicht brauchst und den Preis nicht hättest zahlen müssen und so weiter. Also das ist für Kunden einfach sehr unerquicklich am Schluss und auch, ja, also macht irgendwie die Marke und die ganzen Geschichten nicht sonderlich attraktiv. Und deshalb finde ich es gut, dass sie das jetzt endlich hinbekommen haben oder sich dazu durchgerungen haben zu sagen, das muss auch im Basismodell vorhanden sein. Wenn sich jemand ein MacBook Pro kauft, wo schon Pro immerhin draufsteht, dann muss dieses MacBook Pro auch in seiner, in Anführungszeichen, billigsten Version zwei externe Displays parallel unterstützen können, während das interne Display halt auch an ist. Das ist wirklich Basiszeug. Was kein Basiszeug ist, das sind ja einige neue Sachen, die da ja hinzugekommen sind. Und was so einen gewissen roten Faden durch diese drei neuen Macs oder drei Mac-Modelle oder erneuerten Mac-Modelle darstellt, ist ja die Unterstützung, zumindest in vielen Konfigurationen, von Thunderbolt 5. Und ich persönlich muss ja sagen, wir haben ja vieles im Vorfeld in der Gerüchteküche auch gehört, auch Dinge, die sich ja weitgehend bewahrheitet haben. Aber dass sie auf die fünfte Generation gehen, habe ich nirgendwo gehört. Und das war ja schon eine ziemlich faustdicke Überraschung, oder? Ja, also es war in der Tat, also vorher weder groß im Gespräch noch irgendwo, ich weiß nicht, ob mal irgendjemand darüber spektuliert hat, aber ich hatte das jetzt auch nicht irgendwie aktiv auf dem Schirm, als okay, könnte jetzt eigentlich soweit sein. Das haben sie ja gerade beim Mac-Mini vorgestellt, wo es lustig war, weil man so gesagt hat, okay, ja gerade, also ich meine, du musst auch da musst du das Pro-Modell mit M4 Pro halt kaufen, um Thunderbolt 5 zu bekommen. Also musst schon den teureren Mac-Mini kaufen. Aber es ist halt, ich denke da gerade bei so einem, du hast dann so einen kleinen Computer und bist dann zugleich mit diesen drei Thunderbolt 5-Ports aber so gut aufgestellt, auch für die nächsten vielen Jahre wahrscheinlich. Also auch, wenn du halt wirklich einfach schnell externen Speicherplatz anbinden willst und halt in Zukunft, was auch immer für Monitore dann auf den Markt kommen mögen in den nächsten Jahren und vielleicht Glaskugel am Schluss auch aus Äpfel vielleicht da noch rausfallen mag, all das müsstest du mit Thunderbolt 5 auf absehbare Zeit wunderbar abdecken. Und das ist natürlich was, was schon recht reizvoll ist. Und bei MacBook Pro ist das selbe Spiel auch da, dass du eben Geräte hast, bei denen du mit Thunderbolt 5 jetzt wirklich auf lange Sicht wahrscheinlich wirklich so viel Bandbreite hast, um Zeug anzuschließen und damit auch zu hantieren. Bei Mac Mini kann man ja wirklich argumentieren, dass du eigentlich, kauf dir nicht das Speicher-Upgrade, sondern kauf dir halt irgendein, sobald dann der Markt dafür besteht, kauf dir halt irgendein superschnelles Thunderbolt 5-Medium, was du da einfach dranhängst. Und dafür zahlst du wahrscheinlich weniger als für diesen internen, für das interne Upgrade. Und du kannst natürlich diese externe Platte dann auch einfach tauschen oder erweitern und alles Mögliche damit machen, was du halt möchtest. Also ich glaube bei Mac Mini ist man da besonders flexibel. Aber sehr, also Thunderbolt 5 ist ein großes Ding jetzt gewesen, dass sie es gebracht haben und macht ein gutes Gefühl, glaube ich, wenn man sich eins der Modelle mit Thunderbolt 5 kauft, dass man da wirklich auch viele Jahre, also auch Thunderbolt 4 unterstützt, ist eigentlich schon von der Geschwindigkeit her und von all den Anbindungen, auch was Displays angeht, ein bisschen mit Thunderbolt 4 ist auch nicht so, dass du da irgendwie einen furchtbaren Nachteil hast. Aber so einfach in die Zukunft gedacht, ist es halt schön zu sagen, okay, du bist einfach, du bist einfach nochmal besser ausgerüstet auf lange Sicht, wenn du gerade und so einen Mac, den kannst du jetzt inzwischen halt wirklich nicht zwei, drei, vier Jahre, sondern eigentlich eher fünf, sechs, sieben, acht Jahre behalten. Also allein, was die Leistung angeht und die Ausstattung angeht. Ich finde generell, dass sie in Sachen Ports ja jetzt auch jenseits von Thunderbolt 5 ja sich viele Gedanken gemacht haben bei den neuen Macs jetzt. Also dass sie manche Sache, die einem auch nicht mehr so ganz zeitgemäß vorkam, zum Beispiel unterschiedliche Güteklassen jetzt bei den Anschlüssen, das ist viel übersichtlicher geworden. Und die Anschlüsse vorne natürlich beim Mac Mini ist ja auch so ein Thema, was ja überaus erfreulich ist, dass sie da eben jetzt auch weggehen von dieser Linie, es muss vorne halt nur schön aussehen, da sind da Stören-Ports. Also das finde ich ganz gut, dass da einfach auch mehr, ja sag ich mal, ein nutzerfreundlicheres Konzept jetzt auch gewählt wurde, was mehr den Realitäten dann eben entspricht. Vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die einzelnen Modelle. Was war denn dein, vielleicht fangen wir einfach mit deinem persönlichen bevorzugten Mac an, der da jetzt neu rausgefallen ist. Was war dein Highlights-Kandidat? Ja, da können wir direkt weitersprechen, wo ich gerade gelesen bin, denn der Mac Mini ist es eindeutig. Ich bin ein ganz großer Fan von Mac Mini, weil ich diesen Rechner immer schon mochte und dann auch jetzt mit dem Silicon-Zeitalter dahin zurückgekehrt bin, nach vielen Jahren, wo ich auf dem iMac war und jetzt zurzeit auf dem M2 Pro. Und da ist natürlich dieser M4 oder vor allem der M4 Pro Mac Mini mit diesem neuen Gehäusedesign und den weitesten Ideen absolut mein Favorit gewesen bei diesen neuen Vorstellungen. Hast du denn das Gefühl, gerade als jemand, der den M2 Pro ja jetzt schon eine Zeit lang auch aktiv einsetzt, dass du ein M4 Pro brauchen würdest? Ja, ich versuche es mir gerade schön zu reden. Außer schön reden. Nein, ich muss es mir tatsächlich mal anschauen. Also es wird mich nur bei wenigen Anwendungen tatsächlich entscheidend voranbringen können. Das eine ist die 4K-Videobearbeitung. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das dann so in den Tests sich dann zeigt, wie wieder die Unterschiede sind, wie schnell man so ein Video zum Beispiel dann rausgerendert hat, weil ja auch schon mit dem M3, mit der M3-Generation ja in der Beziehung ein paar Verbesserungen dann drin waren und überhaupt mit 3-Nanometer-Technologie. Der zweite Punkt ist dann neben Videobearbeitung dann eben auch das Thema künstliche Intelligenz und solche Sachen halt. Also auch da bin ich natürlich dann gespannt, so wie zum Beispiel lokale KI-Modelle dann eben funktionieren. Oder generell auch das Thema Entwicklung. Also Xcode ist ja nun auch eine sehr anspruchsvolle Anwendung und wo man punktuell sehr viel Leistung abruft, wenn man jetzt dann zum Beispiel eine App kompiliert und einen Simulator ausführt und wo aber eben diese gewonnene Zeit, weil es viel schneller geht, dann was bringt. Also das sind so für mich konkrete Szenarien, wo ich mir vorstellen könnte, dass die M4 Pro zum M2 Pro einen Unterschied macht. Ansonsten alles andere, was ich mache, gebe ich mich keine Illusionen hin. Das wird genauso gut oder, ja, das wird nicht besser sein. Ja, der Mac Mini war schon das große Highlight natürlich. Also ich meine, das war ja relativ klar auch vorhergesagt, dass er halt schrumpft, zumindest mal in seiner Länge und Breite. Er ist ja zugleich ein bisschen höher geworden. Aber das ist natürlich schon wirkt. Ich habe ihn ja auch noch nicht in den Fingern jetzt gehabt, aber er wirkt nach einem sehr stimmigen Gesamtgerät. Und ich bin auch froh, dass sie es wirklich gemacht haben, die Anschlüsse auf die Vorderseite, also zwei der USB-Ports auf die Vorderseite zu legen und interessanterweise auch den Kopfhöreranschluss, was zumindest bei mir für Überraschung gesorgt hat. Und das ist halt was, was wir ja vom Mac Studio praktisch kannten, zumindest mal die USB-Anschlüsse. Und den Mac Studio muss ich ehrlich sagen, dass ich den nicht super ästhetisch ansprechend finde. Also der wirkt schon wie ein sehr plumpes Gerät, muss man sagen. Und beim Mac Studio funktioniert das von den Proportionen, glaube ich, deutlich besser. Und es ist halt einfach von Vorteil, Anschlüsse auf der Vorderseite zu haben. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Wofür auch immer man sie dann benutzt im Detail, ist es einfach praktisch. Das war ja schon, es gibt ja, selbst für ein iMac gibt es ja so alberne Zubehörsachen, die dir irgendwie versuchen, die Anschlüsse hinten so umzulegen, dass du dir halt irgendwie so einen extra Stecker hast, damit du vorne einstecken kannst. Das ist halt, wenn du siehst, dass schon der Markt solche Sachen erfüllt, dann der Zubehörmarkt, dann merkt man auch, dass da eine Nachfrage unter Kunden halt da ist. Und bei iMac hat sich jetzt nichts geändert, aber bei Mac Mini ist es ein sinnvoller Schritt gewesen. Und der andere große überraschende Schritt, der für, sagen wir mal, mehr Diskussionen gesorgt hat, als ich eigentlich gedacht hätte, ist natürlich, dass der eine Ausschaltknopf einfach auf die Unterseite gewandert ist, was offensichtlich Köpfe explodieren lässt und zu hitzigen Diskussionen geführt hat. Ja, und wo wir auch viel gelernt haben. Also auch wahrscheinlich bekommen auch viele Menschen diese Macs schon Always On dann mit eingeschalteten Zustand geliefert, weil es hat unglaublich viele Leute gegeben, die in den letzten Tagen behauptet haben, sie würden diesen Knopf nie benutzen. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Der ist ja schon mit dem Akku eingeschaltet, mit dem von der Akku eingeliefert. Ich will nicht drauf rumreiten. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich bin in der Sache relativ unemotional unterwegs, muss ich sagen. Ich werde es mir natürlich mit großem Interesse angucken, wie sich das in der Realität verhält. Also ob es jetzt tatsächlich aufwendiger oder weniger aufwendiger ist, als jetzt hinten nach dem Knopf zu suchen. Aber im ersten Moment habe ich auch erst mal so ein bisschen geschluckt und habe gedacht, sehr interessante Designentscheidung. Ja, muss man mal gucken. Aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz zum Mac Studio zurückkommen, weil das ist ganz interessant. Der Mac Studio war ja nun eigentlich der erste, welchen ich jetzt nichts vergessen habe, der erste richtig neu entwickelte Mac im Silicon-Side-Alter. Und die Fachwelt war sich ja so ein bisschen uneinig, ob der jetzt eigentlich nur eine Verlegenheitslösung ist, um die Zeit zu einem neuen Mac Pro zu überbrücken, weil du so dieses klobige Design angesprochen hast, dieses etwas so zweckmäßige, oder ob der tatsächlich gemacht ist, um zu bleiben. Und jetzt der Mac Mini ist ja eigentlich so dieses Pünktchen auf dem i, was einem zeigt, nein, augenscheinlich hat Apple das von vornherein, von oben nach unten gedacht, dass sie den Mac Studio auf den Markt geworfen haben und hat nur vielleicht schon den Mac Mini im Sinn, dass sie gesagt haben, und den machen wir dann in der Designlinie relativ ähnlich angepasst, halt nur in der verkleinerten Form. Und es passt ja ganz gut. Ja, zumal jetzt also der, gerade der neue M4 Mac Mini, der M4 Pro Mac Mini, der kratzt ja jetzt wirklich sehr stark auch am Mac Studio, am unteren Rand zumindest. Also der Mac Studio muss jetzt im nächsten Jahr, da sind wir schon wieder bei der Glaskugel, der muss jetzt natürlich auch nochmal auftrumpfen, um praktisch seine Existenz zu, eine Berechtigung für seine Existenz zu haben in diesem Line-Up, wo der sitzt und was er für eine Leistung bringen soll und für wen er dann am Schluss noch ist, weil da wird es ja auch von der Käufer, von den Käuferschaften wird es ja nach oben hin natürlich auch immer kleiner und immer spezifischer. Und der Mac Studio hat, glaube ich, bis jetzt, also in dieser M2-Generation, war der ja noch relativ nah, also wenn du den M2 Pro Mac Mini damals angefangen hast, hoch zu konfigurieren, dann warst du schnell im Preis, wo du auch das Basismodell vom Mac Studio kaufen konntest. Also da war man, die sind sich sehr schnell in die Quere gekommen und da konnte man durchaus das Argumentation führen, die Argumentation führen, ja okay, wenn du da eigentlich doch ein bisschen mehr Leistung brauchst, kannst du dir eigentlich auch gleich ein Mac Studio kaufen. Aber jetzt sind wir beim, jetzt ist erstens der M4 Pro, gefühlt ist der Mac Mini jetzt nochmal leistungsfähiger geworden und da werden wir jetzt sehen, im nächsten Jahr sehen, wie der Mac Studio davon dann, glaube ich, abgesetzt wird, weil der muss sich klarer davon abheben am Schluss. Und das heißt aber auch tendenziell wahrscheinlich, dass er nochmal halt teurer wird und dass der Einstiegspreis vielleicht auch nochmal ein bisschen nach oben wandert, je nachdem, was Apple dann da an Leistung reinbaut und anbietet. Bis hin zu dazu, dass vielleicht der neue Mac Studio der neue Mac Pro wird. Also das ist so meine These, weil Apple, und da sind wir wieder an den aktuellen Neuvorstellungen, der M4 Max erklärtermaßen ja wirklich ein absoluter Pro-Chip, wo Apple eben auch ganz klar sagt, den verorten sie selber eigentlich nicht mehr bei den Consumer-Bedürfnissen. Das war vorher auch sicherlich schon so, dass die Max-Prozessoren dann eben dann für sehr gestiegene Bedürfnisse da waren. Aber man ließ es immer so ein bisschen noch ein klein bisschen das Hintertürchen auf, dass man gesagt hat, ach, das könnte auch vielleicht einen ambitionierten Consumer interessieren. Und jetzt finde ich sehr klar werden Consumer maximal im Pro-Segment verortet und dann kommt der Max und der Max, der wird herausgestellt, dass es so die eierlegende Wollmilchsau quasi ist. Und wenn da jetzt noch ein Ultra obendrauf kommt, dann frage ich mich ganz ehrlich, selbst für einen neu designten Mac Pro, wo ist denn da eigentlich noch seine Daseinsberechtigung? Aber ja, jetzt bin ich auch schon bei der Glaskugel gelandet. Aber es bietet sich einfach an, weil den Mac Mini muss man einfach im Kontext eben auch dieser Linie sehen, weil Apple da, finde ich, eine sehr klare Struktur geschaffen hat, sowohl designmäßig als auch im Prozessortableau. Dass du eben beim Mini hast du M4, M4 Pro und beim Studio hast du dann womöglich dann Max und Ultra später dann angesiedelt. Ja, also das ist halt die spannende Frage. Und deshalb ist es auch ein Punkt, den wir einfach noch nicht gesehen haben, wie Apple eben seine wirklich darüber gelagerten Macs dann positioniert. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, was du eben gesagt hast, dass wir jetzt wirklich an dem Punkt angekommen sind, wo man fast sagen kann, M4 oder M4 Pro Chip reicht für 95 bis 99 Prozent aller Dinge. Also außerdem, dann gehen wir wirklich in super spezialisierte Bereiche über, wo man, also Leute wissen dann sehr genau, dass sie mehr Leistung brauchen, aber das ist dann wirklich etwas, was nichts mehr mit in Anführungszeichen normalen Sachen, die man am Computer halt mal so macht, zu tun haben. Und wie gesagt, Videoschnitt und sowas ist da schon längst, das ist schon längst abgedeckt mit M4 und M4 Pro. Also das ist keine, ja, das ist vielleicht, wenn du irgendwie anfängst mit 8K Immersive Video dazu zu hantieren, da kommen wir dann wieder an den Punkt, wo es vielleicht dann über die bisherigen Sachen rausgeht. Aber ansonsten ist da alles abgedeckt. Und dann ist natürlich auch interessant, ich meine da, wenn du dann wirklich in diesen extremen Profibereich reingehst, da kommen wir ja dann teilweise auch schon wieder an die Punkte, wo Sachen eben nicht mehr lokal gerechnet werden auf den Kisten. Und dann fragt man sich natürlich auch, wofür hast du dann die Leistung überhaupt noch jetzt lokal in irgendeinem M4 Ultra? Wer braucht diese Leistung? Ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Wir werden sehen, ob Apple da irgendeine Geschichte drumherum baut nächstes Jahr. Es war ja ganz interessant, dass sie auch jetzt in den letzten, gerade in den letzten Jahren angefangen haben, wenn sie diese Profi-Macs präsentiert haben, dass sie oft versucht haben, auch Anwendungsszenarien zu zeigen. Jetzt weniger so in ihren Videos, aber wenn sie die halt Journalisten oder Content-Creator und so weiter präsentiert haben, da haben sie ja immer so Stationen aufgebaut eigentlich, wo sie gezeigt haben, ja, hier sitzt jetzt jemand und macht irgendwelche wissenschaftliche Forschungsarbeiten und wirft da irgendwelche, was auch immer, für Daten rein. Also arbeitet mit riesigen Datenbergen und das war ja weit über dem normalen Profi-Segment schon angesiedelt und dann ging halt in sehr spezifische Bereiche oder halt alles, was irgendwie mit 3D-Modellen dann losgeht und aufwendigere Videonachbearbeitung, die auch irgendwie im dreidimensionalen Raum stattfindet. Also da sind wir echt in sehr, sehr einzelnen Szenarien. Und das Schöne bei Mac Mini ist ja, der erfüllt ja jetzt eben gerade nicht diese spezifischen Szenarien, sondern der bedient jetzt auch in der Pro-Version natürlich die Leute, die halt durchaus Power wollen. Aber auf der anderen Seite ist der halt einfach so eine kleine Kiste, die halt alles Mögliche machen kann. Also die kannst du dir, es wird Leute geben, die werden sich da einfach ein Mediencenter draus basteln und den irgendwie an den Fernseher hängen. Ich meine, der HDMI-Anschluss ist da geblieben, ist alles, ja, kann man alles weiterhin machen. Gibt offensichtlich Leute, die sich den auch ins Auto bauen. Nicht ganz so klar, was man da irgendwie mitmacht. Aber ich meine, er ist jetzt noch kleiner, den kriegst du schon irgendwo rein und weiß nicht, wofür man den im Auto vielleicht braucht. Aber ist ja, ich finde, das war schon immer das Faszinierende am Mac Mini, dass halt Leute mit dem einfach so ein bisschen gemacht haben, worauf sie Lust hatten. Also auch manche hängen sich den ja sozusagen hinter dem Display, dass der wie so ein Parasit irgendwie auf das Display draufgesetzt ist und lauter solche Sachen. Diese Art von Flexibilität gab es eigentlich im Mac-Bereich ja lange nicht, bis halt der Mac Mini diese Rolle dann eingenommen hat. Und jetzt, dadurch, dass er nochmal kleiner geworden ist, kann er die, glaube ich, noch besser erfüllen. Und auch Apples Bewerbung des Mac Mini hat ja schon gezeigt, also sie haben ja so viele schöne verschiedene Szenarien, wo du gesehen hast, das ist plötzlich Peripherie von anderen Herstellern. Es ist nicht so diese cleane Apple-Welt, sondern es ist alles so ein bisschen durchmischt mit anderer Hardware. Und hier ist noch ein Mac Mini auf dem Schreibtisch und mit verschiedenen Accessoires, die sie drum herum positioniert haben. Der ist halt einfach jetzt ein attraktives Gerät. Also wenn der dann irgendwie der Einstiegspreis im Handel, keine Ahnung, deutlich unter diese 700-Euro-Marke, die Apple jetzt selbst abruft, singt, kannst du mit dem unglaublich viel machen, gerade wenn du sowieso halt das alte, die alte Geschichte halt natürlich schon ein Display zu Hause stehen hast, oder schon ein Monitor zu Hause stehen hast und natürlich auch idealerweise Tastatur und irgendeine Form von Eingabegerät, dann bist du mit dem Mac Mini jetzt gut bedient. Mir fehlt jetzt noch der Mac Mini, den man mit Zündschlüssel einschaltet, also das Power-Knopf-Problem ist. Ja, man kann sich ja auch mit dem Zündschlüssel von unten irgendwie dran piekst, bis er den Power-Knopf gedrungen hat. Ich bitte mit Entschuldigung, dass ich ein bisschen drauf rumreite auf der Diskussion. Aber was du angesprochen hast, diese Deutungen, die da gleich begonnen haben, fand ich auch sehr interessant. Also einerseits auch, dass er als potenzielle Spielekonsole gehandelt wurde oder als Ersatz seiner Spielekonsole. Etwas, was man dem Apple TV, was ja nun relativ bauähnlich ist, ja auch lange unterstellt hat. Aber das Apple TV ist ja aufgrund seiner Limitierung ja nie an diesem Punkt wirklich angelangt. Und das andere ist der fortwährende Wunsch nach einem großen iMac, der sich mit diesem, weil du gerade sagst, dieses Ankleben ans Display. Man kann ja diesen Mac Mini auch an ein Studio-Display hinten einfach mit ein paar Power-Strips dran machen. Und dann hat man sich auch einen wunderbaren iMac, einen schlanken selber gebaut. Und ich glaube, Apple sind diese Deutungen auch durchaus recht. Also in der Tat, diese Bewerbung mit diesem verschiedenen Zubehör deutet ja durchaus an, und das es ermuntert, damit ein bisschen kreativ zu werden und so seinen eigenen Stil zu finden und damit sich vielleicht den Mac der Träume zu bauen, den Apple einfach nicht dann herausbringt, wie zum Beispiel den großen neuen iMac. Aber es ist vielleicht eine schöne Brücke, ne? iMac, vielleicht gehen wir gleich darüber. Was sagst du denn jetzt zu dem neuen iMac? Schön sieht der schon aus. Also ich fand dieses iMac-Neu-Design, was sie ja schon relativ früh nach dem Umstieg auf die eigenen Chips gebracht haben, der kam ja auch 2021 mit dem M1 hinterher. Und dieses sehr, sehr dünne Design und das ist ja der eigentlich einzige Mac, der halt irgendeine Form von Farbpalette bietet. Und auch eine sehr attraktive Farbpalette, muss man sagen. Das ist schon was, was ich nach wie vor auch ebenso interessant wie reizvoll finde. Und ich bin auch jemand, du hast es eben bei dir auch schon erwähnt, dass du lange an einem iMac gearbeitet hast. Und ich habe auch sehr lange an einem iMac gearbeitet, immer wieder im Laufe der Jahre, meistens im Tandem mit irgendeiner Form von MacBook. Aber der iMac war lange auch mein Hauptrechner mitunter, weil es halt gerade in dieser 27 Zoll Variante, der hatte ja durchaus einige Vorzüge. Und die ist jetzt natürlich weggefallen oder die ist damals weggefallen und sie kam halt auch nicht mehr zurück. Und wir wissen nicht, ob die eines Tages in irgendeiner Form noch zurückkommt, dieser größere iMac. Und damit bleibt halt dieses, ja, ich weiß nicht, ob man es als Kompromiss bezeichnen sollte, aber ich meine, das Display ist schon, das ist nicht klein, ja. Das ist also 24 Zoll, das ist schon, also ich glaube, das ist ein guter, so ein gutes Mittelding, was man irgendwie so haben kann. Und es ist halt reizvoll, dass du einfach natürlich dieses Gesamtpaket in einem hast, mitsamt eben Tastatur. Und das ist eben gerade im Unterschied zum Mac Mini mit Tastatur und Trackpad oder mit Tastatur, das Trackpad kostet Aufpreis, aber mit Tastatur und Maus. Und dass du gleich halt mit allem aus, das ist ja das Basiskonzept des iMacs, seit er irgendwie Ende der 90er eingeführt wurde, dass du den halt einfach nimmst und dann steckst du das Stromkabel ein und in den 90ern hast du noch den Modemkabel in die Telefondose geschoben. Das kannst du dir jetzt sparen, glücklicherweise. Und ansonsten hast du halt, deine Peripherie ist halt dabei und dann nimmst du den Betrieb und hast halt einfach einen vollständigen Computer, der halt alles kann. Und der ist jetzt natürlich auch, weil der 90er Jahre iMac, der war halt einfach saumäßig langsam. Und der jetzige iMac ist eigentlich ziemlich, ziemlich schnell. Also ich meine, da machen sie es auch, dass das Basismodell irgendwie vom Chip, das hat ja sozusagen den unattraktivsten M4-Chip in diesem Basis-iMac, der irgendwie so von den Kernen nochmal ein bisschen runter, nicht runtergetaktet ist, aber der sozusagen paar Kerne, dem fehlen ein paar Kerne. Und du hast ja bei dem Basismodell so ein paar kleinere Einschränkungen, kriegst halt irgendwie den Ethernet-Port nur gegen Aufpreis, der im Netzteil integriert ist und solche Sachen. Aber es ist insgesamt insgesamt, ich bin immer so ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich frage mich manchmal, will ich zum Beispiel wieder zurück zu einem iMac oder hätte ich gern wieder ein iMac auf dem Schreibtisch? Und er ist auf der einen Seite, ist er preislich doch relativ attraktiv, wenn du das Gesamtpaket betrachtest, denke ich. Also wenn du halt diese Sachen alle brauchst, Display und Peripherie. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch auch so, du hast halt dann, das alles in einem hat, mit all seinen positiven Seiten natürlich eben auch eine negative Seite. Und die ist halt einfach, in ein paar Jahren hast du halt immer noch dieses tolle Display, aber der Computer ist halt vielleicht nicht mehr so super toll. Und dieses Basisproblem des iMacs, das besteht halt einfach weiterhin und es schreckt mich so ein bisschen ab, da mich persönlich wieder allzu sehr mit dem iMac auseinanderzusetzen, glaube ich. Da finde ich den Mac Mini einfach viel reizvoller. Ja, ja, ich glaube auch und dass das vielleicht auch Apple bewogen hat, ja nach der Intel-Ära den 27 Zoll iMac erstmal nicht fortzusetzen, weil sie vielleicht genau gesehen haben, dass ein Display einfach, nehmen wir das Studio-Display, ist jetzt ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber hat ja eigentlich im Vergleich jetzt sehr wenig eingebüßt an Attraktivität, weil technologisch mitnichten so viel passiert ist im Display-Bereich wie jetzt dann im CPU-Bereich. Und deshalb war eigentlich die Trennung da sinnvoll. Ich staune ja auch mal darüber, aber das betrifft den Mac im Allgemeinen, aber den iMac im Speziellen, wie spitz ja eigentlich die Zielgruppen sind, die der Mac hat. Wenn man bedenkt, dass Apple ja mittlerweile eben in anderen Segmenten ja eben ein Massenhersteller ist, iPhone, iPad ist ungefähr gleich groß das Geschäft wie jetzt beim Mac, aber ich finde das Tableau ist insgesamt ein bisschen übersichtlicher noch, es sind weniger Produkte und der Mac eben mit all seinen Verästelungen und Vereinzelungen dann die und Spezialisierungen. Und der iMac ist ja auch ein sehr spezielles Gerät, was sich vielleicht an Familien zum Beispiel richtet, an den Business-Kontext, wo einfach in schicken Büroumgebungen das gut aussieht. Das ist ja so die Zielgruppe des iMacs. Und da bin ich halt auch überrascht, im Positiven, dass sie diesen iMac jetzt auch gleich wieder weitergepflegt haben. Der hat ja beim M2 mal eine Pause eingelegt, dann mit dem M3 war so ein bisschen in den Fokus gerückt, jetzt aber gleich beim M4 wieder da und ja eben auch nicht nur ein reines Prozessor-Upgrade, sondern dass sie ja tatsächlich auch bei den Anschlüssen diese Nano-Textur-Glas-Optionen, über die wir mal sprechen müssen und die Kamera, also im Vergleich wirklich zum letzten Jahr, haben sie ja eine ganze Menge tatsächlich an diesem iMac gemacht. Ja, es ist mehr als einfach nur den Chip irgendwie ausgewechselt. Das ist also, sie haben schon unterstrichen, dass sie es mit dem iMac ernst meinen und dass der nicht einfach nur so da ist. Also sie haben ja auch an den, die Farben heißen noch genauso wie vorher, aber sie sehen ja offensichtlich anders aus. Und letztes Jahr haben sie ja die Farben einfach übernommen. Letztes Jahr war ja wirklich vom M1 zum M3, das war so ein bisschen okay, wir nehmen den M1 raus und stecken den M3 rein. Aber diesmal hat man schon gesehen, dass der iMac halt eine Form von Weiterentwicklung erlebt hat, die halt auf mehrere andere Bereiche auch des Computers halt auch abgezielt sind und eben auch solche Limitierungen, die sie dann vorher hatten, was halt die externen, die Ansteuerung von externen Displays zusätzlich noch angeht, die ist dann auch rausgefallen, zumindest wenn du halt auch wieder das höherpreisige Modell kaufst. Also da ist schon, da ist schon auch was passiert und ich, ja, ich weiß, man wünschte sich zu wissen, wie die Verkaufszahlen da unterm Strich aussehen. Also es scheint für Apple wichtig genuges Produkt zu sein, um halt gepflegt und fortgeführt und weiterentwickelt zu werden. Aber ich kann nicht so recht einschätzen, wie sozusagen in der ja sowieso. Ich meine, die meisten Leute kaufen sich MacBook Air oder MacBook Pro. So, und dann kommt erst mal ganz lange gar nichts und dann kommen plötzlich diese Desktop-Macs, die jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erfahren haben, nämlich da auch der Mac Mini und natürlich der iMac und dann die zwei, die wir nächstes Jahr sehen werden. Aber die sind, all die spielen ja eigentlich nur eine Nebenrolle. Die ist eben im Line-Up. Die sind halt da und die werden sicher auch gekauft, aber halt in ganz anderen Größenmaßstäben als die Laptops. Und ich meine, ich bin froh, dass Apple da die nicht einfach so unter den Tisch fallen lässt. Das kennen wir ja bei Apple auch manchmal. Da merken sie halt irgendwann, okay, das ist halt eigentlich für die Mengen, die wir auf den Markt bringen, hat das irgendwie keine Relevanz mehr. Dann lassen wir es halt einfach unter den Tisch fallen. Das ist auch egal sozusagen. Und ich bin immer froh, wenn sie das nicht bei allem einfach machen. Und ich finde es gut, dass sie das weiter pflegen. Und gerade bei Mac Mini, der ja auch ein eigentlich so nischiges Produkt ist, aber dass sie bei dem halt sagen, nee, der kann eigentlich mehr. Der ist so flexibel, der muss nicht irgendwie dieser Nischen-Mac sein, der halt irgendwie am unteren Ende so preislich angesetzt ist und den Leute sich vielleicht halt so nebenbei dann nochmal als Dritt-Mac kaufen, sondern der könnte eigentlich viel mehr sein. Und da gehen sie jetzt so ein bisschen drauf. Und der Mac Mini, der iMac ist halt einfach der iMac, der bleibt einfach so als All-in-One. Wir haben halt einen All-in-One-PC, einen All-in-One-Mac im Angebot. Und wer halt irgendwie seinen Arzt halt Vorzimmer mit irgendwie schick gestalten will oder seinen Hotel-Eingangsbereich oder halt irgendwo, wo das halt in der Öffentlichkeit steht und wo es bunt ist oder in irgendeinem Büro, dann das sieht natürlich dann einfach nett aus. Und Nachfrage scheint es dann zumindest genug dafür zu geben, um den so halt auch weiterzuklegen. Ja, aber ich glaube, er ist auch ein Stück weit Visitenkarte von Apple einfach. Weil der Mac gehört zur DNA von Apple und sie besetzen natürlich auch gerade, sag ich mal, in repräsentativen Kontexten, damit ja eben auch sehr markenrelevant eben Plätze. Man guckt dann gleich auf dieses Design, man sieht die Marke Apple. Also es muss vielleicht auch jetzt nicht das meistverkaufte Produkt sein, um trotzdem für Apple eine in kleinen Maßen doch sehr starke Wirkung auch zu entfalten, dass sie einfach an diesem iMac festhalten und den pflegen. Ja, interessant fand ich tatsächlich aber auch ja diese Kamerageschichte, die wir jetzt ja auch beim MacBook Pro sehen. Zwölf Megapixel. Lange, lange haben wir über Kameras gelästert, die in Webcams und Macs eingebaut waren. Zuletzt ja musste man es ja schon feiern, dass es wenigstens mal auf 1080p gegangen ist, als ja längst alle Superhersteller schon 4K verkauft haben. Jetzt also zwölf Megapixel und gleich noch diese Deskview-Geschichte, dass du dann eben durch diese Ultra-Weitwinkel-Geschichte dann auch den Schreibtisch vor dir anzeigen kannst und dann kannst du meinetwegen etwas zeigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste irgendwann, ich habe mich gefragt, wer braucht das? Und ich habe sofort an Apple selbst gedacht, die immer gerne mal irgendwas zeigen, dann in Demonstrationen. Ja, mir ist das auch noch nicht ganz klar. Man konnte das ja, wenn man jetzt eben schon sein iPhone genommen hat als Webcam, konnte man ja diese Deskview schon zuschalten. Also das kann jeder schon ausprobieren, wenn er möchte. Und ich habe das auch natürlich mal ausprobiert, als das neu als Funktion kam. Ich habe aber seitdem keinen Anwendungsfall mehr dafür gefunden, zumal man ja wirklich dazu sagen muss, dass es faszinierend ist, dass es funktioniert, aber auf der anderen Seite es sieht halt schon auch suboptimal aus. Einfach was die Qualität angeht und sie gleichen diese Verzerrungen und den Winkel gleichen sie sehr gut aus, aber unterm Strich ist es trotzdem so, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht so recht bei der Ansicht oder zumindest ging es mir immer so. Und deshalb bin ich jetzt neugierig, wie sie das jetzt bei der iMac ist natürlich auch, beim iMac ist es glaube ich sehr gut, weil der sehr statisch ist. Da könnte man, kann man das vielleicht ganz gut hinbekommen mit dieser Schreibtischansicht. Bei MacBook Pro, was so ein bisschen flexibler ist und wo ja auch die Tastatur sehr klar im Vordergrund ist, also da müssen sie auch sich genau Gedanken machen, wo sie da irgendwie, welche Fläche sie abbilden. Und ich bin neugierig auf diese neuen Webcams, muss ich sagen. Aber wir wurden jetzt auch von Apples Webcams auch oft schon enttäuscht, nicht nur in der bisherigen Verlauf, sondern auch dann, wenn sie was Neues irgendwie im Studiodisplay oder so gemacht haben und da war dann die Qualität war immer so, dass du sagst so, ach ja, okay, es ist halt irgendwie eine Webcam und wenn du irgendwie mal einen Familienanruf führst, dann ist es auch egal, ob da jetzt irgendwie ultrascharfes Bild rüberkommt, egal. aber also wenn man sich anschaut, wo sonst so der, gerade in dem, natürlich in Pandemiezeiten, wo dieser Markt für Webcams halt hinging, das war dann schon nochmal eine ganz andere Ebene und da ist irgendwie Apple nicht so richtig hinterhergekommen und weiß nicht, ob sie da auch so super motiviert sind. Vielleicht überraschen auch uns jetzt diese M4-Webcams völlig und sind wirklich ein größerer Sprung, als man vielleicht meinen möchte. Aber ja, also ich bin da, bin reserviert, was Webcam-Erwartungen angeht. Ja, ich glaube, das ist auch sehr berechtigt, aber es ist immer erstmal eine erfreuliche Nachricht, dass sie das Thema überhaupt angehen, weil es ja schien, als sie diese Möglichkeit gebracht haben, die iPhone-Kamera mit einer, wie auch immer gearteten Befestigung als Ersatz-Webcam ins Rennen zu werfen, als wenn ihnen das so als Antwort auf die besseren Webcams, die es da draußen gibt, genügt und dass wir da nichts mehr erwarten brauchen und ja, da sehen wir uns dann erfreulicherweise getäuscht und auch die Gerüchteküche hat das ja nicht vorhergesehen, dass Apple da jetzt da so aufs Gas drückt beim Thema eingebaute Webcam. Ja, lass uns doch, wenn du nichts weiter hast, den iMac verlassen und nochmal kurz einen Blick auf das MacBook Pro werfen. Das Erfreuliche ist ja, das ist ja tatsächlich einige Linien gibt, die sich so durchziehen, durch die über, also übergreifend über alle drei Geräte-Gattungen, die wir da gesehen haben, manchmal eben auch bei zweien. Hier zwischen iMac und MacBook Pro ist es ja unter anderem die Nano-Textur-Glas-Option, über die wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Hat dich das überrascht, dass Apple die jetzt weiter aufgemacht hat? Die war ja so großes Thema gewesen beim iPad Pro im Frühjahr und danach hat ja nicht so wirklich jemand damit gerechnet, dass die uns in nächster Zeit jetzt so massig wieder begegnet. Ja, ich hatte schon lange nicht mehr so richtig darüber nachgedacht, dass ja sowohl das MacBook Pro als ich meine, den iMac gab es irgendwann in seiner langen Geschichte ja auch mal mit einem matten, nicht Nano-Textur-Glas, aber mit einer matten Form von Display. Also diese Optionen, auch das MacBook Pro gab es natürlich mal mit matten Displays, aber schon sehr, sehr lange her, wenn ich mich richtig erinnere. Und das sind natürlich Sachen, wo du schon Leute abholen kannst, die einfach super frustriert sind, dass halt sie andauernd irgendwie in einem Kontext arbeiten, wo halt das Fenster hinter dem Schreibtisch ist oder sowas oder halt das Licht zu einer bestimmten Tageszeit ungünstig halt reinkommt. Und das kennt ja jeder, der mit irgendwie in einem großen Display gearbeitet hat oder an einem großen Display arbeitet. Wenn halt die Sonne aus einem ungünstigen Winkel da reinscheint, dann kannst du da halt normalerweise echt an einem gewissen Punkt wirklich nicht mehr viel machen. Also musst halt dann irgendwie Rollladen oder Jalousien runterfahren oder dir anders zu helfen wissen. Aber dieses, diese Mattierung oder jetzt eben das Nano-Textur-Glas ist natürlich wirklich eine interessante Option in dem Moment, in dem du halt kontinuierlich in einem Raum mit einer Beleuchtung, mit einer ungünstigen Beleuchtung oder eben diese Außenlicht-Problematik arbeitest und damit wahrscheinlich deutlich besser aufgestellt bist. Also ich hatte das Nano-Textur-Glas bis jetzt noch sehr wenig Kontakt mit dem Nano-Textur-Glas. Ich weiß nicht, ob du das beim iPad länger mal im Einzel, hast du ein iPad mit Nano-Textur? Da gibt es ja auch, also die Stimmen waren ja auch so ein bisschen durchmischt. Also Leute sind sehr froh gewesen, dass es die Optionen gibt, gerade die, die halt sich immer ein mattes Display oder ein weniger spiegelndes Display zurückgewünscht haben. Aber auf der anderen Seite gibt es schon auch, glaube ich, auch Einschränkungen, was so die Farb, sagen wir mal, die Knalligkeit der Farben angeht. Also du hast so ein, Flau ist vielleicht übertrieben, aber es nimmt so ein bisschen den Pop irgendwie aus den Farben raus, habe ich den Eindruck von dem, was ich, was man so hört von Leuten, die das nutzen und auch sonst zufrieden sind mit dem Nano-Textur und das auch wünschen, eben um weniger Spiegelungen zu haben. Aber wenn man das selbst noch nicht kennt, da kann ich eigentlich auch nur raten, zu versuchen, das mal irgendwo sich anzuschauen. Sei es halt beim Freundes- oder Bekanntenkreis oder sei es halt im Apple-Store, wenn man da irgendwo das als Demo-Gerät mal sieht, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da sich erst mal einen Eindruck macht, bevor man dann zu dieser Option greift, die ja auch noch mal ein bisschen, also der Aufpreis ist sogar relativ überschaubar für Apples Verhältnisse, würde ich sagen. Ja, wobei es gibt, es bedarf noch wieder gewisser Konfigurationen, um da überhaupt dann da diese Option zu bekommen, das muss man sagen, also dann addiert es sich dann relativ schnell wieder, wenn man den Rest dann nicht braucht, den man dann upgraden muss dafür. Ich habe das tatsächlich in London damals gesehen, bei der Vorstellung auf dem Event und von dem iPad Pro und ja, ich sage mal, jeder, der mit Fotografie, der noch die klassische Printfotografie kennt, wenn man diese Glossy Pictures neben einen matten Abzug legt, ist natürlich auch ganz klar ein Riesenunterschied. Es wirkt dann nicht so leuchtkräftig. Es ist dann so ein bisschen dieses, sagen wir mal, der Lichteinfall, der reflektiert, veredelt ja auch noch mal oder verändert ja auch noch mal den Eindruck, den man von so einem Bild hat und so in etwa muss man sich das vorstellen. Es wirkte sehr surreal, dass diese iPad-Anzeige wirkte nicht, als wenn das ein Display ist, sondern als wenn jemand irgendwie das ausgedruckt und draufgeklebt hat einfach. Ja, interessant, ja. Also ich denke mal, das ist sicherlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man eben Jahre, Jahrzehnte lang mit solchen Glossy Displays und gerade die Apple Displays spiegelten ja auch sehr gerne und reflektierten alles Mögliche gearbeitet hat und dann plötzlich auf so eine Oberfläche kommt. Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass das Apple das jetzt auserkoren hat. Ja, und wichtig, dass sie es als Option einfach anbieten und zurückbringen. Das gehört also gerade bei MacBook Pro, denke ich. Beim iMac ist es vielleicht auch nett und da wird es sicher auch Leute geben, die sich darüber freuen. Aber gerade bei MacBook Pro, was ja potenziell ein Gerät ist, was du halt wirklich mobil einsetzt und damit in sehr vielen verschiedenen Lichtszenarien, da ist es natürlich umso mehr vielleicht ein Punkt zu sagen, hey, ich hätte eigentlich gern ein Display, was halt weniger reflektiert. Und da ist ja auch schön, dass sie, das ist ja nicht das Einzige, die Nanotextur ist halt als Option oben drauf gekommen, aber sie haben ja überhaupt an dem ja ansonsten schon ziemlich hervorragenden Display der MacBook Pros ja noch mehr gedreht, nämlich tatsächlich mal an dieser Helligkeit, die jetzt auch, also der Basis, nicht der HDR-Helligkeit, sondern der normalen Helligkeit im Standardmodus, die ja jetzt auch seit sehr vielen Jahren statisch war eigentlich. Also wir waren so bei diesen 500, 600 Nits Maximum und da war einfach Schluss. Und da ist es, und wir sind ja jetzt auch vom iPhone inzwischen schon viel brachialere Helligkeitswerte eigentlich gewohnt, die zumindest dann, sobald man sich draußen in der Sonne bewegt, halt vielleicht zum Einsatz kommen. Im Innenräumen ist das ja immer so ein bisschen müßig, die Diskussion, aber da das MacBook Pro ja mitunter auch draußen, ich meine jetzt im November vielleicht nicht mehr, aber im Sommer, ich meine Leute auch, sei es jetzt, ob sie keine Ahnung, Fotografen oder wer auch immer halt irgendwo unterwegs ist mit dem MacBook Pro und halt das wirklich bei Außenlicht einsetzt, der weiß auch, oder sei es auch nur im Urlaub irgendwie mal auf dem Balkon zu setzen mit dem MacBook Pro und da weiß man schon, das stößt halt extrem schnell an die Grenze, sobald halt Sonnenlicht, Sonnenlicht halt von der ungünstigen Seite daherkommt und da bin ich sehr neugierig, ob sie jetzt, weil sie haben es ja praktisch verdoppelt auf 1000 Nits bei Außenlicht, bei direkten Sonneneinstrahlung, zumindest nach dem Versprechen von Apple und das dürfte schon einen Unterschied machen, denke ich. Ja, definitiv und das ist ja tatsächlich auch was anderes als eben diese Peak-Angaben, die wir ja immer sonst immer gerne bekommen haben, dass eben in Spitzen- Ausnahmesituationen das mal ganz hoch fährt, das ist tatsächlich ja eben diese Standard-Helligkeit, aber ich denke, dieses Bonbon war auch aus Apples Sicht nötig, weil sie jetzt ja hier nicht auf OLED gegangen sind, was sie jetzt ja beim iPad Pro gemacht haben und beim iPad Pro eben der Aspekt Helligkeit ja eben auch sehr stark unterstrichen wurde. Jetzt bekommt man wenigstens die eine Hälfte dessen beim MacBook Pro eben nicht das OLED-Display, aber eben dafür die Helligkeit und das ist, glaube ich, ja auch für viele der entscheidendere Punkt im Vergleich jetzt dann zur Display-Technologie. Klar, es gibt große OLED-Fronten, die es nicht abwarten können, aber die allermeisten im Alltag brauchen vor allem erstmal eben ein Gerät, was eben auch zum Beispiel im Sommer draußen funktioniert und haben sich das gewünscht und das bekommen sie damit dann eben geliefert. Und das, ja, das war auch eine ganz erfreuliche Sache. Der weitere Punkt und das fand ich ganz interessant, so in dem Ausmaß, die Akkulaufzeit hat sich erhöht von bislang 22, also ich meine, was ja auch sehr bemerkenswert hat, wir hatten 22 Stunden auf 24 Stunden, könnte man sagen, Apple hat jetzt den Kreis rund gemacht, sozusagen den Tageskreis. Auf mich wirkt es so, ein bisschen so, als wenn man hier auch mit dokumentieren wollte, dass die 3-Nanometer-Bauweise, von der ja immer gesagt wurde, dass sie ja auch dann in Sachen Energieeffizienz viel bringt, dass das eben tatsächlich sich auch mal in Akkulaufzeit dann ausdrückt. Denn bislang haben wir tatsächlich, ja letztes Jahr beim M3, war das Thema Leistung eher im Fokus. 3-Nanometer ermöglichte viel bessere Grafik und noch höhere Leistung der CPU, aber es war nicht so groß die Rede davon, dass das jetzt so viel Energie spart und dann das ausgezahlt wird, sozusagen Akkulaufzeit, was einige enttäuscht hat, die ja gesagt haben, 3-Nanometer, hey, jetzt geht es nochmal richtig voran mit dem Akku und ich habe so das Gefühl, das soll dir das Signal senden, ja, wir haben neben mehr Leistung, haben wir eben auch noch ein bisschen mehr Akku für euch im Angebot. Ich glaube, das ist halt was, was sich am Schluss positiv bemerkbar macht, wenn man dann einen Unterschied tatsächlich merkt bei der Akkulaufzeit. Wir werden, ich werde da sicher gleich noch mit Kollegen Johannes drüber sprechen, ob wir da auch schon erste Messwerte haben, die ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, wo wir, wo diese Geräte sich hinbewegen. Bei MacBook Pro ist es ja sowieso so, also jeder, der ein MacBook Pro ab M1-Chip aufwärts sich gekauft hat in den letzten Jahren, der hat, glaube ich, gemerkt, dass die Akkulaufzeit insgesamt einen extremen Sprung gemacht hat zu dem, was man vorher von den Intel MacBook Pros oder Intel MacBooks gewohnt war und dass man jetzt halt einfach plötzlich, wenn man nicht halt allzu super leistungshungrige Sachen da drauf geworfen hat, halt wirklich über einen sehr langen Arbeitstag damit ohne Probleme rumkam und diese, ich meine, diese über 20 Stunden Akkulaufzeit, das ist ja sowas, wo Apple dann, das misst ja Apple, also das kannst du machen, wenn du auf einem Langstreckenflug Videos schaust bei so halb gedimmten Display oder so ungefähr, ja, und das ist natürlich irgendwie so ein optimales Szenario, was einem, was auch ein Wert ist, der sinnvoll ist natürlich, aber klar, wenn du halt ernsthaft da was draufschmeißt und halt auch zum Beispiel auf diese 1000 Nits das Display hochdrehst, da sind wir natürlich dann schon wieder bei anderen Akkulaufzeiten angekommen. Ich glaube, insgesamt kann man sich nicht beschweren, sowieso war die Akkulaufzeit sehr gut vom MacBook Pro und wenn sie das jetzt tatsächlich noch mal einen Tick nach oben schrauben konnten bei den Geräten, dann ist das schon eine Leistung auf jeden Fall gewesen, also das finde ich schon sehr, sehr erfreulich und bei den Chips ist es ja interessant, dass wir bei den, bei den, bei der M3-Generation des MacBook Pro gesehen haben, dass dieser M3-Pro-Chip, der hat ja so eine komische Seitenbewegung gemacht, dass er irgendwie von seinen Hochleistungs- und Effizienzkernen irgendwie plötzlich gleich mitgebracht hat, während sonst immer mehr Hochleistung, also ja gut, die Basismodelle sind auch vier Performance- und vier Effizienzkerne, aber bei dem Pro-Modell war es ja immer so, dass da die Leistung bei der M1-Pro-Version und bei dem M2-Pro, dass natürlich die Hochleistungskerne irgendwie im, Fokus standen und das war im letzten Jahr ungewöhnlich, dass sie da irgendwie anders verfahren sind von der Aufteilung her und deshalb müsste eigentlich gerade der M4-Pro jetzt auch nochmal im Vergleich zum M3-Pro nochmal einen interessanteren Leistungssprung vielleicht zeigen. Ich bin mal neugierig, auch da, was die Benchmarks jetzt dann im Detail da ergeben haben, aber das unterstreicht umso mehr, dass man halt wahrscheinlich mit diesem M4-Basis-Modell, ganz ohne M4-Pro schon interessant weit kommen wird dieses Jahr und dann, wenn man wirklich, wirklich noch nochmal richtig Power mehr möchte, dann kann man sich irgendwie diesen M4-Pro anschauen und dann gibt es darüber irgendwie diesen M4-Max, der dann halt jenseits von Gut und Böse ist, wenn man so will, aber der natürlich auch preislich dann sofort halt in einem ganz anderen, der ist ja weit jenseits der irgendwo 3000 Euro Mark, also da bist du dann, bist fast in einer anderen Gerätekategorie gelandet am Schluss und der bedient dann halt wirklich nur noch seine sehr spezifischen Käuferschaften oben drüber, aber ja, also das MacBook Pro 2024 ist jetzt mit der, gerade im Basismodell, das hatten wir eben schon gesagt, das ist einfach ein super attraktives Paket, denke ich, du bekommst das Basismodell in schwarz, was hervorragend ist, was sie letztes Mal auch nicht angeboten haben, ja so, nein, da musst du schon das Teurere kaufen, wenn du schwarz möchtest, sonst bekommst du nur Silber, es sind auch so komische Spielchen, wo natürlich im Laufe der Jahre ja auch immer Leute natürlich das Apple durchaus auch übel genommen haben, dass du für solche Sachen, dass du irgendwie für ein schwarzes MacBook oder ein schwarzes MacBook Pro jetzt in dem Fall halt mehr zahlen musstest, das ist ja auch so was, wo du sagst so, ach, muss das unbedingt sein, sind das irgendwie so Spielchen, die sein müssen, Apple wird da sicher irgendwelche sehr nüchternen Gründe für nennen können, warum sie das gemacht haben, aber es hat halt so einen komischen Beigeschmack und deshalb, auch beim iMac ist es ja so, dass du jetzt im Basismodell einfach plötzlich alle Farben wählen kannst, während es vorher halt nicht ging, da musstest du auch, vorher musstest du die teureren iMac kaufen, um alle Farben wählen zu können, aus der vollen Palette und solche Sachen, die haben sie jetzt diesmal auch behoben und das ist, denke ich, für den Kunden am Schluss ein klarer Gewinn, dass da keine komischen, komischen Absetzungen unter diesen verschiedenen Modellreihen gemacht werden. Aber jetzt ist der Moment, wo in einem Apple-Video es jetzt in den Hardware-Laborkeller gehen würde zu Johnny Srucci, dem Chip-Chef. Bei uns ist der Johnny Srucci Johannes Schuster, der sich dann intensiv im Labor von Mac and I mit den Macs auseinandergesetzt hat und ja, Leo spricht jetzt mal mit ihm über die Testergebnisse. Johannes, hallo, schön, dass du da bist. Ja, immer gerne. Hi. Ja, du hast nicht nur einen Mac und auch nicht zwei, sondern drei der neuen Macs, nämlich alle drei neuen Macs in der Hand gehabt oder im Testerbo. Eigentlich sogar vier. Ja gut, also einer doppelt sozusagen ein Modell. Also auf jeden Fall hast du alle Modelle, also MacBook Pro und Mac Mini und den neuen iMac waren jetzt alle, sind alle bei dir im Testlabor gelandet und wurden auch von dir schon entsprechend laborisiert. Sag mal, glaube ich nicht, aber du weißt, was gemeint ist. Ja, das hoffe ich nicht, ja. Ja, und deshalb nutze ich jetzt diese schöne Gelegenheit, um dir schon ganz konkrete Fragen zu den Geräten und zu deinem Test der Geräte zu stellen und die erste Frage ist natürlich, konntest du den Mac Mini überhaupt anschalten mit dem neuen Knopf auf der Unterseite? Ich habe es geschafft, ja. Sehr gut. Ich wusste ja halt aufgrund unserer Online-Berichterstattung, wo der Knopf ist. Sehr gut. Befunden hätte ich ihn natürlich niemals selber. Aber es ist schon so, dass man das Gerät ein bisschen lüpfen muss, oder? Vom Tisch, ja, da ist er schön zu sehen und es ist tatsächlich der Einschaltknopf. Man kommt mit dem Finger nicht drunter, oder? Ja, mit meinen Fingern auf jeden Fall nicht, nee. Okay. Man muss ihn hochheben, ist aber nicht so ein Problem, weil der wiegt nur 700 Gramm und ja, wann braucht man den Einschalter schon? Naja, also manche Leute offensichtlich oft, manche nie. Also es variiert sehr stark, ja. Also ich habe auch so ein Szenario zu Hause, wenn ich von meinem Dienst-MacBook auf meinen privaten Mac Mini umstecke am Thunderbolt-Doc, dann wacht das nicht auf, der Mac Mini. Da muss ich wirklich auf den Einschalter drücken, damit Maus und Monitor erkannt werden und dazu, das nervt schon. Und wenn man da jedes Mal irgendwie hinfummeln muss und wenn man das Ding im Server-Rack betreibt, ist natürlich der, das ist auch nicht besser als vorher. Vorher war es auch nicht schön, weil es hinten war, aber ja, es ist nicht optimal gelöst. Neue Herausforderungen wahrscheinlich, die da mitkommen, aber insgesamt würdest du sagen, was hältst du von der neuen Form? Das Mac Mini, ist das angenehm, dass er kompakter ist oder ist das so ein bisschen Schulterzucken bei dir, dass der jetzt einfach anders aussieht? Also ich habe das schon seit Jahren gesagt, dass sie den eigentlich in das Gehäuse von so einem Apple-TV packen könnten, denn viel mehr Hardware ist es ja nicht, wer das einmal gesehen hat, was so ein MacBook Air, was da übrig ist, das passt ja auf so einen Handteller. Und es war sehr viel Luft in dem alten Gehäuse drin und die haben ja, als sie umgestellt haben auf Apple-Chips, haben sie das alte Gehäuse einfach weitergenommen. ist auch in Ordnung, ist ja nicht hässlich oder so, lässt sich gut stapeln, aber jetzt haben wir halt nicht mehr so viel umbaute Luft. Bevor wir jetzt zu den Testergebnissen kommen, schon mal vorab, was war denn unter diesen drei neuen Mac-Modellreihen so dein persönlicher Favorit jetzt? Schwierig. Also ich bin ein Mac-Mini-Fan, weil ich gerne meinen eigenen entspiegelten Monitor habe und meine Maus und Tastatur auch selber schon habe und so weiter. Deswegen habe ich mir nie ein iMac gekauft. Und der neue Mac-Mini, wir hatten ja die Pro-Version im Test, das ist schon ein richtig guter Rechner. Der ist wirklich toll. Und es ist der günstigste Mac, das muss man sagen. Ja, das ist genau die Überleitung. Also das heißt, beim Mac-Mini hattest du, du hattest jetzt in diesen Macs, du hattest auf jeden Fall ein M4 Pro im Test, sogar verschiedene M4 Pro-Variationen wahrscheinlich, oder es ist aber immer derselbe Chip gewesen. Und jetzt war der gleiche. Und du hattest, hattest du auch einen Basis-M4 im Test. Ja, zwei. Mit zehn Kernen wahrscheinlich. Es gibt ja beim iMac noch diesen einen Achtkern unten drunter, den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Jetzt der Einfachheit halber, der war auch noch nicht im Test. Und dann kommt irgendwann nochmal eine Max-Version hinterher. Also wir sprechen jetzt heute praktisch über M4 und M4 Pro. Und was kannst du zum, was ist denn so, was hat sich beim Basis, erst mal, was hat sich beim Basis-Chip, beim Basis-M4 getan im Vergleich so zum Vorjahr und je nachdem, was du verglichen hast? Also zum M3 war der Leistungssprung für mich persönlich enorm, weil ich dachte, die kamen ja relativ kurz nacheinander, dass sie da in erster Linie an ihren AI-Features, also an der Neural Engine gebastelt hätten und bei den Kernen da so langsam die Luft rausgeht. Aber nein, war ordentlich der Sprung. Also früher hätte man da wirklich Raketen gezündet. Das ist wirklich, heutzutage ist man es so gewohnt, dass man 20 Prozent mehr, und früher war das, haben wir uns über 5 Prozent gefreut. Aber das fand ich ganz angenehm und was ich eben, was ich auch seit Jahren ja immer kritisiert habe, ist, dass die Basis-Chips immer nur zwei externe oder zwei Monitore betreiben konnten, was dazu führte, dass man dann also beim M3 musste man den Deckel zuklappen, und dann konnte man zwei externe machen. Davor ging sowieso nur ein externes am MacBook und jetzt machen sie einfach mal drei. Ja, das ist sehr froh. Das habe ich auch mit Malte besprochen. Das ist eine sehr große und erfreuliche Änderung, die diesmal, glaube ich, passiert ist für jeden, der einfach das Basismodell kauft. Und das ist ja ansonsten, so wie du auch gerade schon gesagt hast, die Leistung von dem Basis M4 ist jetzt so hoch, dass du damit ja einen Großteil der Anwendungsfälle abdeckst. Und dann hast du diese dämliche Limitierung bei den externen Displays nicht mehr. Das heißt, du hast ein viel schöneres Paket in diesem, also wenn wir jetzt spezifisch vom MacBook Pro auch sprechen und natürlich auch vom Mac Mini, aber du hast ein viel schöneres Paket in den beiden Einstiegsmodellen von den Reihen. Das denke ich, kann man echt sagen, ein freundlicher Fortschritt. Ich bin so ein Typ, ich habe zu Hause das MacBook aufgeklappt und habe zwei 4K-Monitore da dran. Und das ging eben nur mit der Pro-Version bisher. Oder man kauft sich einen Intel-Rechner, da ging das auch. Ja, das war ein Rückschritt. Und das haben sie jetzt endlich in der vierten Generation ausgebügelt. Das finde ich ist gut. Die haben sich natürlich dadurch die Staffelung so ein bisschen versaut, weil der M4 Pro kann monitormäßig das gleiche wie der M4, so im Grupp gesagt. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr zum M4 Pro greifen, nur deswegen. Nur deswegen, ja. Aber der hat natürlich andere Vorteile. Das wolltest du mich jetzt bestimmt gleich fragen. Exakt. M4 Pro war natürlich das Nächste auf der Liste. Ja, ich kann dir auch sagen, was ist die SSD halt doppelt so schnell. Und das ist einfach, die Anwendung ist doppelt so schnell. Du kriegst da halt 6.000 Megabyte pro Sekunde durch, statt 3.000. Grob gesagt, natürlich gibt es immer die Abweichung, was das jetzt für ein Modell ist. Und die kleinen SSDs sind vielleicht langsamer. Aber so, die können auf jeden Fall bis 6.000. Das ist ja eine Einschränkung, die wir in den Vorjahren auch gesehen haben, bei den M-Chips. Ganz genau. Das ist praktisch die Pro-Version immer auch die schnellere Anbindung der SSD, die wir mitgebracht haben. Daran hat sich sozusagen in der M4-Generation jetzt also einfach nichts geändert, um es runterzubrechen, denke ich. Kann man so sagen. Das ist der eine Grund, weshalb man noch zu dem Pro greifen würde. Und der andere Grund ist natürlich, dass man mehr RAM ordern kann. Aber wenn man das sowieso nicht vorhat, und das muss man ja gleich beim Kauf machen, dann ist das eigentlich auch kein Grund. Ja, und dann bleibt noch Thunderbolt 5. Ja, bevor wir aber zu Thunderbolt 5 kommen, wollte ich nochmal kurz auf die Leistungen des M4 Pro eingehen, weil das Interessante oder Seltsame war ja, dass Apple beim M3 Pro diese komische Seitwärtsbewegung gemacht hat, dass sie plötzlich gesagt haben, wir teilen die Hochleistungs- und die Effizienzkerne anders aus. Da waren es ja, glaube ich, waren irgendwie 6 und 6 oder es war irgendwie einheitlich. Und jetzt sind sie ja wieder zu ihrem alten Schema zurückgegangen, in den Pro-Chip-Reihe halt viel mehr Hochleistungskerne reinzubauen als Effizienzkerne. Also wir sind wieder, glaube ich, bei 8 und 4 oder bei 10 und 4, je nachdem, welche Konfiguration des M4 Pro man kauft. Und hat sich das auch in den Benchmarks von dem Leistungssprung zum M3 Pro gezeigt, dass da doch jetzt nochmal nach oben, es deutlicher nach oben gegangen ist? Also der M3 Pro war ja auch nicht langsam. Nee. Also, ja, aber es hat sich gezeigt, also die Unterschiede sind ein bisschen deutlicher noch als in der 3er-Generation. Also der M4 Pro ist wieder ein richtiger Pro. Ja, genau. Was die CPU angeht. Bei dem Max, den ich noch nicht hatte, aber da ist ja in erster Linie nur die CPU und der Speicherdurchsatz besser. Gut, ja, da weiß man wenigstens dann, wofür man diesen Aufpreis halt noch zahlt, wenn man es halt wirklich braucht. Also das muss man sich, glaube ich, in diesem Jahr echt gut überlegen, ob nicht das Basis-M4-Modell in vielen, vielen, vielen Anwendungsszenarien völlig ausreicht. Aber die andere Unterscheidung, die du schon angesprochen hast, die natürlich eine sehr interessante ist und die auch so ein bisschen aus dem Nichts herauskam oder zumindest vorher nicht irgendwie groß besprochen und gerüchtet wurde, ist, dass halt Apple jetzt auch, zumindest bei den M4 Pro, natürlich auch beim M4 Max, Thunderbolt 5 zum ersten Mal in Macs unterstützt, muss man sagen. Beim Mac Mini ist das, glaube ich, sowieso Premiere in so einem kleinen Formfaktor. Ansonsten im PC-Markt gab es, glaube ich, schon so ein paar Laptops, die irgendwie schon auch Thunderbolt 5, meine ich jetzt so, erste auf den Markt gebracht haben. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt auch in den Macs, zumindest in den M4 Pro Macs. Und was war da, ich weiß nicht, was du da an Hardware zum Testen hattest. Kannst du einfach mal erzählen, was deine Erfahrungen mit Thunderbolt 5 bis jetzt waren. Ich hatte schon eine erste SSD von OWC, die Thunderbolt 5 kann. Und damit habe ich mal eben so 5000 Megabyte pro Sekunde in beide Richtungen durchsetzen können. Und vorher war so die Grenze bei Thunderbolt 4 immer so bei 3000. Also ich denke mal, das wird auch auf 6000 hinauslaufen. Aber es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Verluste, die da, also möglicherweise kommen wir auf 5.5, 5.6 und jetzt also auf Anhieb mit der ersten SSD gleich 5000. Das ist also schneller, als der nicht Pro M4 intern macht. Exakt, ja. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo man dann sagen kann und wo man sich vor allem auch diese Frage stellen muss, ist es sinnvoll, zum Beispiel gerade für ein Mac Mini bei Apple zu abstrusen Preisen Upgrade, den Speicher, den internen Speicher hochzurüsten, anstatt sich einfach per Thunderbolt, also wenn man natürlich den Mac Mini mit M4 Pro kauft, aber dann mit Thunderbolt halt eine externe, superschnelle Festplatte anzubinden. Die sind natürlich auch nicht billig. Wir haben die Preise schon, glaube ich, gesehen von OWC oder wie man sie auch immer nennen möchte. Die sind jetzt auch nicht super billige SSDs, aber dafür, dass du diese Leistung bekommst, die sind auf jeden Fall billiger, als das, was Apple als Upgrade-Preis für seine internen Flash-Tips da abruft. Also ja, das ist sehr erfreulich. Ich weiß nicht, kann man denn Display-seitig mit Thunderbolt 5 schon überhaupt irgendwas testen oder gibt es da schon irgendwie diese Bandbreite, kann man die ausnutzen? Nee. Das ist also Zukunftssicherheit. Thunderbolt 5 Displays, also geht ja bis 120 Gigabyte Gigabyte in eine Richtung. Also wüsste ich jetzt nicht. Also ich war froh, dass ich schon eine SSD an Land bekommen habe und ein erstes Dock habe ich auch schon in die Zusage, das kommt dann demnächst. Und mit den Displays, das ist ja sozusagen dafür geschaffen, dass man zwei Displays hintereinander hängen kann. Man braucht also das erste Display zumindest, muss so konstruiert sein, dass es auch wieder einen Ausgang hat. Und ja, also ich habe jetzt auch nicht großartig gesucht, aber da habe ich noch nichts gesehen, ist mir nichts aufgefallen. Und auch die Kollegen von der CT, mit denen habe ich auch gesprochen, was sie schon an Thunderbolt 5 Geräten haben, da ist auch noch nichts. Ja, kommen wir bei all der Leistung mal zur Thermik praktisch und zur Wärmeentwicklung und damit natürlich vielleicht auch ein bisschen zur Geräuschentwicklung. Gerade beim Mac Mini stand ja jetzt die Frage im Raum, dadurch, dass er halt so doch kleine geschrumpft ist und dass natürlich auch das Kühlsystem sich oder das Konzept, das Kühlkonzept sich auch geändert hat. Hat sich das Verhalten des M4 Pro, also hat sich der Mac Mini verändert, was halt Wärmeentwicklung und vielleicht auch Geräuschentwicklung angeht? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also wir haben heute am Mittagstisch schon ein bisschen gelästert, dass man da mit einem Software-Patch das Ding zu einer Drohne umwandeln könnte, weil ja unten so ein Riesenpropeller ist und da kommt mächtig Luft raus. Und tatsächlich gibt es auch Anwendungen, in denen der ganz schön rausbläst. Aber das ist wirklich, von den Benchmarks her trat das praktisch nicht auf, aber wenn man jetzt 10 Minuten hintereinander auf allen Kernen rendert, dann wird der richtig laut. Okay. Würde aber sagen, so 99 Prozent der Anwendungsfälle, da hört man ihn gar nicht. Ja. Also es ist extrem. Ja. Und wahrscheinlich im MacBook Pro wird es vermutlich ja relativ ähnlich sein. Also ich meine, auch da ist ja irgendwie, die Wärme an einem bestimmten Punkt muss hier halt raus. Ja, da gehört man ihn schon ein bisschen öfter, auch gerade bei Spielen. Und da ist sozusagen der Anstieg kontinuierlicher. Da ist nicht dieses Ja-Nein-Prinzip. Aber es ist auch nur ganz selten aufgetreten. Also meistens hört man die Rechner gar nicht. Okay. Man muss sich schon scheuchen. Und gab es da irgendwelche von der Taktung oder auch von der Runtertaktung bei sehr langer Beanspruchung gab es da Unterschiede zwischen dem M4 Pro im Mac Mini und dem MacBook Pro? Ist da irgendwas Auffälliges gewesen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich jetzt nicht untersucht. Okay. Und hast du mit der Akkulaufzeit, sind da die Messungen schon abgeschlossen jetzt zum MacBook Pro spezifisch? Ja, die sind abgeschlossen, ja. Und hast du da irgendwelche interessanten neuen Anstiegs mitgebracht? Hält länger als vorher. Sehr gut. Ja, ist erfreulich. Ich meine, das ist das, was Apple ein bisschen versprochen hat. Aber es ist natürlich gut zu hören, dass es tatsächlich auch in der Praxis dann der Fall ist. Weil Akkutests sind ja auch bei Apple, Apple macht ja sehr unterschiedliche Sachen. Und diese 24 Stunden, die sie da in den Raum gestellt haben, ist halt irgendwie so ein optimales Szenario, was irgendwie nicht richtig im Alltag, mit dem Alltag nicht viel zu tun hat. Aber es ist trotzdem, die Laufzeit war ja schon super bei den MacBook Pros. Und es ist schön, dass sie das dann im Test sich das bestätigt hat, dass die Neuen da vielleicht sogar noch mal ein bisschen oben drauflegen. Ja, dann kommen wir schon an die kleineren Punkte am Schluss, die zum einen die neue Webcam sind, die ja sowohl im MacBook Pro als auch jetzt in diesem Fall, kommen wir mal zum iMac, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Einzug gehalten haben. Warst du, ich meine, Webcams sind so eine Problemstelle bei Apple gewesen in den letzten Jahren, würde ich sagen, oder vielleicht schon seit sehr langer Zeit. Hat sich da jetzt wirklich ernsthaft was getan bei den zwei Webcams? Oder einer Webcam? Es hat sich was Sichtbares getan, ja. Also drei Sachen im Grunde. Erstmal ist da ja ein besserer Bildsignalprozessor drin und der kann auch bei schlechter Optik da viel einfach durch Rechnen ausgleichen. Das heißt, bei der Belichtung und bei der Schärfe ist das Bild etwas besser. Aber dieser 12-Megapixel-Sensor, der da drin sein soll, da hat man erstmal nicht so viel davon, weil trotzdem kommt immer nur 1080p raus. Mehr ist immer noch nicht, ja. Und ich habe dann eine Software gefunden, mit der man den Sensor direkt ansprechen kann. Dann war das plötzlich 1552x1552, was aber auch noch nicht 12 Megapixel sind, sondern auch nur 2,5. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nutzen sie den Sensor wohl nicht voll aus. Ja. Brauchen ihn vielleicht für die Center-Stage-Funktion, die jetzt da drin ist. Also das bedeutet, du drehst ja das MacBook nicht und trotzdem wird geschwenkt. Also es läuft per Software, der Schwenk. Die sprechende Person wird sozusagen im Bild gehalten. Ja, ich glaube, da werden sie den Rest der Pixel brauchen, die sie außenrum noch dann uns nachschieben, jeweils softwareseitig, wo halt die Person ist. Das ist mal so ein bisschen das Problem, dass du halt mehr Pixel hast, als am Schluss rausfallen dann, weil du halt die ganze Zeit die Kamera, diese in Anführungszeichen Kamera, die sich bewegt, halt diese Schwenks vollzieht. Ja, interessante Lösung. Aber würde es unterm Strich sagen, dass es jetzt beim MacBook Pro ist es ja auch, wenn man die Kamera jetzt ganz normal und mit dem Center-Stage vielleicht gar nicht viel macht, dass sie trotzdem irgendwie tendenziell schon besser ist, als vorher bei dem MacBook Pro. Genau, das habe ich ja gesagt. Aber ich habe noch einen dritten Punkt zu erwähnen und das ist das Desk View oder Schreibtischansicht, was bislang schon ging, aber da bräuchtest du ein iPhone dafür. Deswegen vielleicht auch diese quadratische Pixel-Anordnung, weil er nämlich auch nach unten geht, der Kamerawinkel. Und du kannst auf den Schreibtisch Dinge legen und kannst dann dieses Desk View in FaceTime zum Beispiel oben rechts anklicken und dann wird in einem zweiten Fenster, wird das, was du auf dem Schreibtisch liegen hast, gerade gerichtet und verdreht, weil es ja auf dem Kopf ist, von der Kamera ausgeguckt, den anderen angezeigt. Und das funktioniert sogar. Bei den MacBooks etwas besser. Beim iMac sind die Abstände einfach sehr groß, weil das ist ja ein großer Monitor, Kamera sitzt ganz oben. Habe ich gemessen, brauchst du 31 Zentimeter Abstand, wenn der Bildschirm gerade steht, damit du die Oberkante überhaupt drin hast. Und du einen kleinen Schreibtisch hast, dann wird es schon eng. Ja, okay. Also das ist so ein bisschen eine Notlösung. Aber es ist interessant, es funktioniert ganz gut. Per künstlicher Intelligenz wird das alles hingetrimmt und man kann das sogar lesen auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe mir mit Malte die Frage gestellt, wie oft man das eigentlich braucht im Alltag, weil wir immer überlegt haben, wann zeigt man denn mal Sachen auf dem Schreibtisch? Wenn irgendjemand wird das sicher brauchen, wahrscheinlich kriegen wir E-Mails mit irgendjemandem, der sagt, er benutzt das jeden Tag. Aber ja, es ist okay. Es ist ja gut, dass bei den Webcams überhaupt was passiert und dass Apple dann nicht einfach sagt, so jetzt war es das mit den Webcams, sondern sie sind schon irgendwie damit beschäftigt, die auch weiterzuentwickeln. Als Abschluss noch die Frage, wo wir ja praktisch keine Weiterbewegung oder keinen Fortschritt gesehen haben, ist, was WLAN angeht. Da ist also jetzt weiterhin Wi-Fi 6E drin und kein Wi-Fi 7. Siehst du das als größeres Problem oder als wirklich Negativpunkt dieser neuen Generation? Oder würdest du sagen, na ja, gut? Ja, da sie aber bei 6E trotzdem das 6-Gigahertz-Band schon nutzen. Ist das nicht so schlimm, dass es keinen Wi-Fi 7 gibt? Es gibt ja, ich will jetzt hier nicht den Namen eines sehr berühmten deutschen Herstellers nennen, der bringt einen Wi-Fi 7-Router ohne 6-Gigahertz-Band. Ja, die gibt es auch. Die gibt es auch. Und das macht Apple nicht, aber sie schreiben sogar 6E drauf und man kann das 6-Gigahertz-Band nutzen. Und das ist schön leer und da kann man hohe Durchsatzraten erzielen, wenn man sich einen entsprechenden Router kauft, auch beim Wi-Fi 7-Router. Insofern ist das nicht so ein Drama. Ja, Johannes, vielen Dank für deine Einblicke zu den Tests. Ich lasse dich auch mal wieder zurück, noch irgendwie alles zu Ende zu testen. Man kann natürlich auch alles lesen, was du jetzt getestet hast. Die Tests erscheinen dann auf Heise Plus. Verlinken wir alles. Sprechen wir auch gleich nochmal in der Rest der Folge an. Wenn diese Aufzeichnung erscheint, dann müsste es online sein schon. Kann man erste Sachen sicher schon lesen, genau. Und natürlich auch in der nächsten Mac in i 624. Ja, danke, Johannes. Alles klar, danke auch. Tschüss. Ja, sehr eindrucksvoll, was diese Tests ergeben haben. Ja, Leo, das führt aber ja unweigerlich so ein bisschen in die Perspektivfrage. Wir haben jetzt festgestellt, was hat sich geändert? Wie wirkt es sich aus? Aber was bedeutet das denn wohl für 2025? Was denkst du, welcher Mac wird der erste sein im nächsten Jahr, der dann als nächstes dran ist mit Veränderungen? Ja, das ist zum Glück sehr, sehr einfach zu beantworten, die Frage. Ich meine, wir haben jetzt heute in dieser Folge schon sehr viel in die Glaskugel geschaut. Und einen Mac haben wir bei diesem Glaskugel geschaut, weitestgehend außen vor gelassen. Und das ist natürlich das MacBook Air, was, glaube ich, ja wirklich der nächste Kandidat ist für den M4, für den M4-Chip. Und nach der bisherigen Gerüchtelage ist halt so Frühjahr. Das wäre auch so ein klassischer Zeitpunkt, um das mal halt rausfallen zu lassen, was auch immer Frühjahr dann ist. März, April vielleicht. Manchmal sind sie auch ein bisschen Frühjahr dran gewesen jetzt in der Vergangenheit. Aber das sind so die üblichen Termine, wo das auf den Markt kommen könnte. Und da sie jetzt gerade den Arbeitsspeicher ja auch in diesen Basismodellen auf 16 gehievt haben, werden sie wahrscheinlich sich jetzt sicher noch ein paar, also ich glaube nicht, dass es im Januar kommt, aber mal sehen, wie schnell Apple da jetzt irgendwie vorwärts schreiten möchte. Und das ist natürlich, ich bin sehr neugierig, was halt dieser M4-Chip auch gerade für das MacBook Air bedeutet, weil auch da haben wir ja eben all diese Limitierungen, die wir jetzt gerade bei MacBook Pro bei den Basismodellen besprochen haben, also was Display, was den Support für mehrere externe Displays angeht und solche Geschichten, ob sie die halt jetzt auch wirklich bei MacBook Air nochmal zusätzlich ausräumen, weil dann hast du natürlich ein sehr interessantes in Anführungszeichen Einstiegsgerät. Ich meine, das MacBook Air ist auch nicht jetzt, ist kein super billiges Notebook, aber es ist wie in Apples Line-Up nun mal das, was halt am günstigsten verkauft wird. Ich bin auch gespannt, was sie dann da im Angebot lassen. Sie haben ja jetzt eben, sie haben ja lange das M1 MacBook Air mitlaufen lassen und dann ist jetzt das M2 MacBook Air ist so das Einstiegsmodell geworden und wird es dann neben dem M4 MacBook Air, halten sie dann das M3 oder lassen sie doch irgendwie das M2 noch da und drücken es halt irgendwie von der Preismarke noch ein bisschen. Da ist immer relativ viel Platz, glaube ich, für Apple so ein bisschen zu mischen. Und insgesamt ist das MacBook Air halt natürlich und gerade mit einem M4-Chip und dann eben auch 16 GB Arbeitsspeicher und wenn man sich halt dann vielleicht noch ein 512 GB SSD oder so gegen Aufpreis draufordert, hat man da, glaube ich, auch ein sehr gutes, sehr gutes Gesamtpaket. Und dann ist ja immer die Frage sozusagen, wie grenzt es sich halt dann vom Mac zum Basis MacBook Pro noch ab? Und da ist natürlich der große Unterschied, ist da der Sprung halt beim Display. Also dass du halt vom MacBook Air zum MacBook, im MacBook Pro bekommst du halt einfach ein deutlich besseres Display. Und je nachdem, was einem das wert ist, muss man sich da halt dann anschauen, was für ein MacBook da vielleicht für den persönlichen Bedarf am sinnvollsten ist. Und ansonsten ist natürlich, fährst du mit dem MacBook Air einfach inzwischen auch, also seit dem M1 MacBook Air. Ich meine, das MacBook Air war immer ein interessantes und tolles Produkt, aber Apple hat das ja mal so für fünf Jahre einfach völlig vernachlässigt, sodass das mit uralten Intel-Chips kam und in einem uralten Form. Und das war so ein ganz trauriges Spiel, weil Leute, dieses MacBook Air ist ja ein unglaubliches Zugpferd. Also Leute kaufen sich das in großen Mengen wahrscheinlich das mit, wobei ich glaube, Apple sagt manchmal auch, dass das kleine MacBook Pro war, auch manchmal bei Apple irgendwie das meistverkaufte. Aber das MacBook Air ist halt so, das ist so stellvertretend für Apples. Das steht eigentlich für Apples ganze Notebook-Reihe, weil das halt irgendwie diesen ganzen Markt so geprägt hat und auch designmäßig so geprägt hat. Und das haben sie dann so vernachlässigt. Und das war halt ein relatives Trauerspiel, das mit anzusehen. Und durch den M1-Chip ist es halt in so eine andere Liga gehievt worden, leistungsmäßig und insgesamt. Es hat halt keinen Lüfter, es ist völlig lautlos. Du arbeitest an diesem lautlosen und trotzdem schnellen Gerät. Es ist ziemlich kompakt insgesamt. Es ist leicht. Also es ist eine sehr, sehr unglaublich angenehme Form von Computer. Und deshalb freue ich mich da sehr auch jetzt auf so eine M4-Variante. Und da sie ja zusätzlich noch jetzt ein bisschen mehr Optionen haben, dass du eben neben dem 13 Zoll auch ein 15 Zoll Modell kaufen kannst. Das gibt es ja noch gar nicht lange, dieses 15 Zoll MacBook Air. Das kam mir jetzt einfach mal zwischendurch irgendwie noch dazu. Das ist schon ein schönes Gesamtpaket. Ja, ich würde noch ergänzen, dass ich es nicht nur als Einstiegsgerät sehe, sondern gerade auch für diejenigen, die Mobilität wertschätzen und jetzt nicht dann, sage ich mal, sehr hohe Powerbedürfnisse haben, ist das MacBook Air halt auch sehr attraktiv, eben gerade durch dieses Redesign geworden. Und dementsprechend wahrscheinlich jetzt auch dann heiß erwartet. Die spannende Frage ist, ja, du hast Januar ins Gespräch gebracht. Das war ja mal so Apples oder als geringe Möglichkeit ins Gespräch gebracht. Das war ja mal Apples Ausweichtermin für die Macs. Mein Blick richtet sich eher so auf die Frage, machen Sie mal wieder so ein klassisches Frühlingsevent, was irgendwie so im April Mai dann stattfindet. Also dieses Jahr haben Sie es ja mit dem iPad gemacht, aber eben nicht mit einem Mac. Könnte das dort stattfinden? Oder folgen Sie der Tradition der letzten Jahre, dass Sie jetzt das auf der WWDC, der Weltentwicklerkonferenz, im Juni verorten und dort dann eben das vorstellen? Das wäre so der Zeithorizont, in dem ich das dann erwarte oder damit rechne, dass Sie da in die Richtung gehen. Ja, und dann haben wir natürlich die Pro-Computer, die wir, ich glaube, über die Ausstattung oder die Frage, wird es ein Ultra geben? Braucht es den noch? Ist der MacStudio der neue Mac Pro? Haben wir uns ja schon so ein bisschen ausgetauscht. Da denke ich ganz klar eigentlich, dass da, wenn da was kommt, das in Richtung WWDC geht, dass Sie wahrscheinlich dann die Weltentwicklerkonferenz nutzen, um das vorzustellen und ja, dann ja eigentlich mal wieder vervollständigen, was ja seit der M2-Linie unvollständig geblieben ist. Da hätten Sie auf jeden Fall natürlich das beste Publikum und, glaube ich, die beste, beste Event im Apple-Kalender, das beste, passendste Event, um halt MacStudio und Mac Pro auch in irgendeiner Form vorzustellen. Sei es dann, ob die dann auch immer gleich auf den Markt kommen oder nicht. Bei Mac Pro gibt es ja so ein bisschen Spekulation, ob der noch ein bisschen länger braucht. Und da ist ja das Interessante halt, kommen Sie zu dem Punkt, auch den Mac Pro halt jetzt in ein neues Gehäuse zu packen, weil der ist ja eben der Letzte, der diesen Umstieg zwar gemacht hat, hat ja auch lang gedauert, den Umstieg auf die M-Chips gemacht hat und dann hat er den gemacht, aber war einfach im alten Gehäuse und viele haben sich gefragt, okay, welchen Sinn hat der noch über dem Mac Studio, außer du brauchst halt jetzt sehr spezifische Erweiterungsschnittstellen und dann, der braucht ein bisschen Fokus, dieser Mac Pro. Also der hat ja sowieso eine sehr bewegte Geschichte hinter sich und ist zugleich natürlich irgendwie auch ein extrem wichtiges und zugleich extrem unwichtiges Produkt. Also das ist das Faszinierende da dran und ich bin sehr neugierig, ob Apple, was da Apples Signale sind, die sie nächstes Jahr senden, mit irgendeiner Form von Redesign oder überhaupt einer Neuausrichtung dieser Produktkategorie und das natürlich auch in Kombination mit dem neuen Mac Studio dann und mit dem, was wir jetzt halt schon gesehen haben vom Mac Mini M4 Pro, wo wir dann wirklich so verschiedene, wo wir dann drei Desktop Macs ohne All-in-One jetzt mal ausgeklammert, aber das ist ja was, was auch noch neu ist, der Mac Studio als noch so junger Zuwachs, dass wir plötzlich irgendwie aus drei verschiedenen Variationen von Desktop-Macs wählen können. Das ist ja alles, das gab es vielleicht zum letzten Mal in den 90ern, dass du irgendwie 27 Performers kaufen konntest oder sowas, wo Apple irgendwie gar nicht mehr wusste, vor lauternd, es ist ja ohne Teil, es ist irgendwie ein sinnloser Vergleich irgendwie zu den 90ern, aber wir hatten ja sehr lange einfach sehr wenig, die Modellpalette war so krass eingeschränkt bei Apple, was das angeht und jetzt ist es halt einfach doch, durch den Mac Studio ist so ein bisschen mehr Luft da reingekommen, von unten nach oben. Wenn ich nur eine verrückte Design-Idee machen dürfte oder nennen dürfte für den Mac Pro, das wäre ja eigentlich mal ganz schick, wenn das so in Ringform wäre, so wie das Apple-Hauptquartier. Oh, ja, wenn er da ein bisschen schweben könnte, wäre gut. Und dann kann man auch den Powerbutton an die Unterseite setzen. Unten drunter, genau. Hebt man kurz ab, um den anderen auszuschalten. Oje, da holt uns der Powerbutton schnell wieder ein. Ja, wo wir gerade bei verrückten Ideen sind. Es gibt ja auch immer noch weitere Gerüchte um den Mac und die, die ja doch nebulöser und in der Wahrscheinlichkeit geringer anzusiedeln sind. Also wir hören auch ja immer wieder davon, ein MacBook Pro Redesign, was ja irgendwann mal erfolgen könnte mit OLED. Ich glaube, die jüngste Nachricht war ja, dass sich das aber vielleicht auf 26 verschiebt. Der große iMac ist ja auch mal wieder so ein Thema. Vielleicht gar nicht so gewagt ist die Idee eines neuen Studio Displays. Aber mal so gefragt, diese drei Dinge, wie ist deine Prognose? Also MacBook Pro, ja, das ist sehr interessant, wann. Also ich meine, das ist nur eine Frage des Wanns, wann dieses Redesign kommt und was sie da halt neu ausrichten. Da ist ja auch das andere Gerücht dazu ist ja, dass sie auch doch wieder was versuchen wollen, das wieder dünner zu machen, wo man auch der ein oder andere vielleicht schon ein bisschen Angst wieder bekommt. Weil wir haben halt gesehen, wo uns diese MacBook Pro muss immer dünner werden und wir nehmen nur noch USB-C-Ports und die Tastatur muss sehr dünn sein und dann war sie vier Jahre kaputt. Also ich meine, diese Desaster haben wir alle hinter uns schon. Jetzt schauen wir mal, wo wir da irgendwie nach vorne wieder hinkommen. Aber ich glaube, dieser Apples Wunsch, diese, das haben wir beim iPad Pro ja schon gesehen, also dieses Ziel, sehr dünne, leistungsfähige Geräte zu bauen, das ist, glaube ich, nicht verschwunden. Und wenn sich das machen lässt, ohne Kompromisse, was jetzt die Anschlüsse und so weiter und natürlich auch Akkulaufzeit einzugehen, dann mag das alles reizvoll sein. Und leichter sehe ich auch klar, also dünner und leichter ist bei einem Laptop natürlich immer was, wo du sagen kannst, das ist eigentlich gut. Auf der anderen Seite lass halt die Pro-Modelle auch Pro-Modelle sein. Also ich war damals mit dieser Rückkehr zu den Schnittstellen, die das 2021er MacBook Pro bis heute halt wieder mitbringt, war ich sehr froh, weil du halt einfach, ja, du musst dann nicht mehr mit den albernen Adaptern hantieren und den ganzen Käse, der halt vorher der Fall war. Und du hast halt wirklich, wirklich, würde ich sagen, die besten, also dieses MacBook Pro seit 2021 ist einfach das beste Notebook, was Apple jemals gebaut hat. Also irgendjemand wird jetzt sicher mit irgendeinem Powerbook aus den 90ern kommen und sagen, nein, das war das Beste, da konnte ich den Akku, da konnte ich zwei Akkus reinsetzen und die noch selbst austauschen. Aber das ist, glaube ich, wirklich objektiv sogar das beste Notebook, was sie jemals gebaut haben. Und da bin ich einfach neugierig, wo die Reise hingeht. Zumal wir ja auch noch diese ganz wilde Geschichte im Hintergrund haben. So vielleicht soll da ja auch mal ein Modell mit Touchscreen kommen. Wie auch immer das sinnvoll sein mag oder nicht sinnvoll sein mag. Aber es muss ja bei den Macs, muss ja idealerweise auch noch vielleicht was anderes passieren. Also wir müssen ja noch irgendwie vielleicht mal was ganz Neues sehen oder irgendwie eine andere Art oder irgendeinen neuen Ansatz, den sie da wählen und sich in eine andere Richtung bewegen und die darüber hinaus geht, jetzt zum Beispiel einen großen iMac zurückzubringen. Großer iMac, toll, aber hatten wir schon. Also ich meine, das ist irgendwie ein Schritt zurück und kein Schritt nach vorne. Und das ist ja das, was wir jetzt, das ist ja sozusagen das, was dem Apple der letzten 15 Jahre fehlt. Es gibt wenig Schritte nach vorne. Es gibt so viele Schritte, viele Weiterentwicklungen und natürlich viele technologisch extrem beeindruckende Weiterentwicklungen. Aber was sozusagen die grundsätzlichen Fragen angeht, wie sehen Geräte aus, mit denen wir arbeiten wollen? Was könnten die irgendwie anders machen oder so? Diese Fragen wurden nicht mehr so richtig angegangen. Also ich meine, Vision Pro ist jetzt ein ganz eigenes Thema und das brauchen wir heute, glaube ich, nicht aufzumachen. Oh ja. Aber das ist natürlich auch beim Mac, es stellt sich halt die Frage. Und ich bin froh, dass Apple irgendwie den Fokus auf den Mac wieder gefunden hat, weil ich glaube, das kann man unterstreichen. Und es gab ein paar Jahre, wo man das Gefühl hatte, okay, der Mac, der ist jetzt so irgendwie so, der läuft so als drittes Rad irgendwo mit, gerade noch so. Und wenn man Pech hat, dann fällt der irgendwo hinten runter und keiner kümmert sich drum. Und das ist zum Glück vorbei. Also durch die M-Chips ist der einfach, hat der einen Riesensprung nach vorne gemacht, in jeder Hinsicht. Und sie haben ein fantastisches Line-Up, wirklich also absolut super Line-Up jetzt, Pabst 2024. Aber irgendwie müssen wir ja auch weiterkommen dann im nächsten Jahr. Und nur über vielleicht die kleinen Hardware-Updates für die einzelnen Produktkategorien hinaus. Ja, ich würde auch sagen, dass der Mac insgesamt gestärkt eigentlich aus den letzten zehn Jahren hervorgegangen ist. Einerseits durch den Wechsel auf den Apple Silicon, aber zum anderen eben auch, weil sich herausgestellt hat, dass dieser zwischenzeitliche Trend, diese Bewegung hin zu Tablets und dem Glauben, dass Tablets die klassischen Computer ablösen werden, was Apple selber ja auch ein bisschen gepusht hat, sich eben dann der Gewissheit, dass das der Gewissheit gewichen ist, dass dann eben doch die Macs und Desktop-Computer immer noch ihren Platz bei den Nutzern behalten. Und es wirkt, man muss sich ja eher mittlerweile um das iPad manchmal Sorgen machen mit der Zukunftsfrage, wo soll denn das eigentlich mal hingehen, als jetzt bei dem Mac. Und der Mac hatte zurückgefunden, Apple hat jetzt sein Line-Up wieder modernisiert, wieder aufgebaut, ist zurückgekehrt oder hat überhaupt erst mal einen regelmäßigen Zyklus herbeigeschaffen, dass es auch Updates gibt und eine Weiterentwicklung. Aber in der Tat, jetzt ist halt die Frage, was ist der nächste große Schritt? Jetzt sind sie, sag ich mal, nach vier Jahren mit dem Silicon sind sie in einem Punkt angelangt, wo jetzt alles jetzt schön, die Stube ist aufgeräumt. Aber wie geht es denn weiter mit der Stube? Was ist der nächste Teppich oder das nächste Wandbild, was aufgehängt wird? Und ich denke mal, die Displays können da auch eine gewichtige Rolle drin spielen, denn das Studio-Display so zeitgemäß es immer noch ist. Aber es ist ja auch da die Frage, Apples Kontinuität bei Displayfragen war ja nie so ganz groß. So eine neue Generation mit einem Fortdreh, einer Weiterentwicklung würde ja auch eben gewisse Sicherheiten schaffen, dass es Apple wirklich ernst ist, das auf Strecke weiter zu betreiben. Und mittlerweile hätte man ja auch mit Thunderbolt 5, was man zum Beispiel einbauen könnte in den Ports, mit der besseren Webcam, ja auch so ein paar Must-Have-Komponenten, wo der Studio-Display ja eigentlich mal gleichziehen müsste. Jetzt einfach, um auch mit den restlichen Macs im Gleichklang zu sein. Also es gäbe Anlass genug und jetzt gerade haben wir ja heute noch ein windiges Gerücht gehört, dass ja auch 90-Hertz-Technik angeblich in Entwicklung ist. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sie beim Display nochmal ein bisschen nachjustieren. Das Studio-Display ist ein interessantes Display und es ist ja einfach so, dass diese 5K-Displays mit 27 Zoll, dass die einfach eine Rarität waren über lange Zeit und Apple das natürlich selbst lange eben im 27 Zoll iPad eingebaut hat und dann praktisch als Studio-Display nochmal neu hat aufleben lassen. Es ist halt auf der anderen Seite ein super frustrierendes Display, weil es halt einfach saumäßig teuer ist, jenseits von jeglicher rationalen Herangehensweise. es einfach ein iPad integriert hat, aber damit nichts macht, außer dass dieses iPad irgendwie in diesem Display rumhängt, in Anführungszeichen iPad, aber es ist halt einfach mit da drin und ergibt eigentlich keinen Sinn. Also an dem Display sind so viele komische Sachen, wo man sich fragt, wäre da nicht irgendwie was mehr möglich gewesen? Hätte man damit nicht so was anderes machen können? Und deshalb finde ich, ist das Studio-Display für mich so ein bisschen ein frustrierendes Display. jetzt sieht man so ganz langsam, dass dieser 5K auf 27 Zoll Displaymarkt so ganz leicht in Bewegung kommt. Samsung hat ja da, glaube ich, letztes Jahr schon eins vorgestellt. Jetzt kam in den USA gerade nochmal eins von Namen vergessen. Auf jeden Fall gibt es so ein, zwei, drei vielleicht Hersteller und dann kann man hoffen, dass bei denen auch sich die Preise noch ein bisschen nach unten bewegen, weil wenn du halt für so ein 5K 27 Zoll Display dann halt irgendwie weit unter 1000 Euro zahlst, dann sprechen wir halt von was viel Interessanterem als halt Richtung 2000 Euro. Was halt Apple jetzt einfach mal abruft, wenn du dann auch noch Standfuß und Nanotextur und alles mit einrechnest. Das ist halt einfach schon absurd. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn Apple da auch nach vorne geht. Also eben von mir aus 90 oder halt ein 120 Hertz Display und halt, was du schon gesagt hast mit der Webcam. Und ich wünsche mir immer noch dieses komische, wenn sie da schon ein iPad reinbauen, dann sollen sie doch da irgendwie auch TV-OS drauflaufen lassen oder so. Ich meine, das ist vielleicht, ja, also das alte, dieses alte Modell des iMacs, der halt auch den, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich an diesen Plastik-iMac noch erinnern kannst, der seine Fernbedienung an der Seite hängen hatte, hatte die halt hier magnetisch dran und dann hast du dir die Fernbedienung genommen und hast drauf gedrückt und dann kam da so eine komische Interface für Video schauen und so weiter, Front Row und all diese Sachen, das ist so ein Basiskonzept, wo du sagst, bei einem Monitor, beim 27-Toll-Monitor ist ja nicht klein, den kannst du eigentlich auch so ein bisschen als Entertainment-System benutzen und ist das wirklich super sinnvoll? Vielleicht, vielleicht nicht, aber wenn da schon halt auch vom Chip und von der Hardware eigentlich alles drin ist, um das zu bieten und du eigentlich nur das Betriebssystem da auf den noch drauf knallen müsstest und das irgendwie einfassen müsstest, wir sehen ja vielleicht nächstes Jahr sowieso, dass Apple so im Home-Bereich irgendwas mal wieder versucht, hoffentlich, ja, also da sind wir jetzt wieder weg vom Mac gekommen, aber dieser Home-Bereich, der ist ja sowieso da und das Studio und Apples Displays, die sind ja so, die sind ja im Home, aber auch auf dem Schreibtisch und die sind so ein Zwischenprodukt, was du auch eigentlich irgendwie so da ansiedeln könntest, also ich mache mir da keine sonderlichen Hoffnungen, ich will nur ausdrücken, dass man vielleicht mehr machen könnte mit diesen Displays. Ich bin da völlig bei dir, also ich habe immer ein bisschen in den Anfängen des Studio Displays über die Idee herumspinisiert, dass man ja so eine Art rudimentären Computer darauf hinterlegen könnte, dass zum Beispiel, wenn der Mac mal ausfällt, dass man wenigstens einen Webbrowser hätte und dann, sag ich mal so, Basic-Funktionen, die in iOS oder iPadOS drinstecken, die ja leicht realisierbar wären, die auch nicht besonders gepflegt werden müssen, weil man ja einfach nur dann die neueste Version drauf bügelt, aber dann habe ich auch wieder darüber nachgedacht und habe mich gefragt, wie im Gottesnamen möchte Apple das kommunizieren und was soll das für ein Produkt sein und ist das nicht eigentlich eine sehr spitze Zielgruppe, eine noch spitzere Zielgruppe, die daran irgendwie gefallen findet und dann habe ich ganz schnell dann wieder diese Idee begraben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass Apple einfach und das Dilemma haben sie in einem Interview auch mal dargelegt, dass sie halt für einen Massenmarkt entwickeln, weil sie einfach so groß sind und vor dem Hintergrund ihre Ressourcen einerseits dann entsprechend einsetzen, aber auf der anderen Seite eben auch Gefahr laufen, dass sie mit zu kleinteiligen Geschichten auch eher verwirren, weil sie an anderer Stelle dann doch eher das Große und Ganze im Blick haben. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, aber vielleicht werden wir auch alle überrascht im Jahr 2025, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir machen einen Punkt nach dieser kurzen und knackigen Sendung und dem schnellen Überblick über die neuen Macs. Bei uns gibt es ja Gott sei Dank noch den Einschaltknopf und der wird noch betätigt und zwar für diesen Podcast. Wir wollen aber nicht rausgehen, ohne darauf hinzuweisen, dass wenn jetzt eben viele Fragen noch offen oder generell Fragen offen geblieben sind oder jetzt Leute sagen von wegen, ja, alles so schnell, Geräte gar nicht richtig verstanden, möchte ich nochmal nachlesen. Ja, das geht. Die wunderbaren Mac-Tests von Mac & I sind nämlich online bei Heise Plus verfügbar. Es wird sie zu einem späteren Zeitpunkt auch in der nächsten Ausgabe des Heftes geben. Das Heft ist aber jetzt schon lesenswert, weil es jetzt schon tolle Tests enthält von den vorherigen Neuerscheinungen. Ist ja jetzt im Herbst immer eine Menge los bei Apple. Also, ja, also ich glaube, es wird einem nicht langweilig, wenn man schöne Dinge von Mac & I lesen möchte zurzeit, oder? Richtig. Ja, zu lesen gibt es genug. Im aktuellen Heft sind natürlich noch die Betriebssysteme, Tippstrecken zu den Betriebssystemen drin und wir haben natürlich die iPhones waren im Test gewesen und Apple Watch waren natürlich im Test gewesen. Also da sind auch alle möglichen Sachen und im nächsten Heft sind natürlich dann die neuen Macs dran und auf Heise Plus, du hast es schon erwähnt, wird man das dann natürlich sowieso auch lesen können. Abonnenten können sowieso die Heise Plus Artikel einfach mitnehmen und lesen ohne Probleme oder nicht nur mitnehmen, sondern einfach abrufen. Das ist also alles sehr einfach, auch so lesbar dann und auch schnell lesbar, sofort lesbar. Genau. Und wenn das viel gelesen wird, dann freut uns das wiederum, weil dann werden wir wieder von der Redaktion losgeschickt und können hier im Podcast schön über das Thema sprechen. Und das machen wir dann wieder in zwei Wochen. Danke dir, Leo. Danke allen, die zugehört und zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.